Hallo, na? Ich hasse mein Leben. Wirklich, ich hasse es wirklich. Na gut. Wuhu, Undertale True Pacifist Livestream. Ne, ne, nicht Metal. Das war... ...Hopes & Dreams im MIDI. Na gut, Metal, Leute. Das ist ein wunderschöner Regenbogen-Kapper. Na gut, Leute. Ihr wisst, was passiert. Undertale... ...Undertale... ...True Pacifist. So, und egal wie schwer es mir fällt, erstmal True Reset nach meinen letzten... ...Run und ich nenne mich Sheen, wie immer. So, ich habe mich schon die ganze Woche auf diesen Stream gefreut. Weil... Äh... Ja gut, ich habe einfach Lust auf alle Tage gehabt. Und ich wollte auf das Wochenende warten, damit ich das ungestört streamen kann. Und ja... Nehn dich. Nehn dich. So, und jetzt sind wir schon im Spiel drin. Shiro der Twerker. Yay. Okay. Und hier ist Flowey. Howdy. I'm Flowey. The Flower. Äh... Und das setzt der Stimmbruch schon ein. Soll ich dir wieder beim Hotline Puzzle mit links rechts helfen? Ne, ich habe es mir sogar gemerkt. Hm. You're a new trailer underground, aren't you? Ne, nicht wirklich. Golly, you must be so confused. Ehh... Okay, ich denke, alle kennt eigentlich diese... Ähm... Ach, Hallo, Caro! Also, ich denke, alle... Jeder kennt... Die Einführung. Ähm... Okay, ach, egal. Ich lese einfach mal vor. See that heart? That is your soul. The very... Culmination... Of your being. Es fängt schon mal wieder toll aus mit meiner Aussprache. Hm. Your soul starts off weak, but you can... But can grow strong if you gain a lot of... Level. Jesus. What's... Ähm... LV stand for? Why? Love, of course. Hust, hust. You want some love, don't you? Goat. Okay. Don't worry. I'll share some with you. Uhhh... Flowery is so nett, ne? Down here, love is shared through... Little White's Friendliness Palettes. Ja, also, ich auch so. Okay, ähm... Ich denke, jeder sollte wissen, dass die nix... Nix... Nix gut sind. Hallo, der Glitch Master. Hey, buddy. You missed them. Okay, ich denke, jeder weiß, dass die nicht gut für uns sind. Wenn... Wenn nicht, dann... Die sind nicht gut. Die machen uns schaden. Das... Nee. Is that a joke? Are your brain dead? Run into the bullets! Uh... Jetzt hat er's zugegeben, ne? Verkackt, ne? Und es tut mir leid, ich habe hier Erdbeeren, die mir vorbeigebracht wurden und... Die werden total schnell schlecht. Es tut mir leid, aber ich will nicht, dass sie schlecht werden. Und jetzt sterben wir. Ja, und das war das ganze Spiel. Ne? Ne? Okay. Ahem. Ahem. What a terrible creature, torturing such a poor, innocent youth. Ah. 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 Ahem. Tschuldigung. Do not be afraid, my child. I'm Toriel, catacombs of the ruins. I pass through this place every day to see if someone has fallen down. Okay, bis dann Hendrik. Tschüss. You're the first human to come here in a long time. Come. Come. I will guide you through the catacombs. Ja. This way. So, dann folgen wir jetzt mal Mami Toriel. Jeder mag Mami Toriel. Okay. Ähm. Hier unser erster Safe Point. Welcome to your new home. Äh. To your new, to your new home. Hä? Ist das nicht Ezreal? Raus. Raus. Entschuldigung. Man sollte nicht über die Unwissenheit von anderen lachen, aber ich fand's grad ein bisschen witzig. Okay. Welcome to your new home. Ich hab's richtig ausgesprochen. Innocent one. Allow me to educate you in the operation of the ruins. Junge, ich kenn das Spiel nicht. Ja, es tut mir leid. Ich fand's im ersten Moment witzig. Naja. The ruins are full of puzzles. Ey, wenn ihr das Spiel nicht kennt und noch vor habt es zu spielen, dann geht ihr sofort und spielt es. Ne? Ihr werdet euch damit alles versauen. Wirklich. Ich, ich sch... Ne. Ich geb euch jetzt 10 Sekunden Zeit und ich esse ne Erdbeere. Okay. Jetzt... Ne. Ah man, ich kann das... Okay. So. Tut mir noch mal leid. Ich fand's am Anfang ganz witzig. Okay. Ähm. So. Wir müssen jetzt diese ganzen markierten... Ähm. Hebel drücken. Ne. Ne. Nicht drücken. Einfach. Ja. Ihr wisst was ich meine. Ne. Ich habe nicht wirklich vor das zu spielen. Okay. Na dann. Aber in die, die was vor allem ist zu spielen, dann... Tschüss. Äh. As a human living in the underground monsters may attack you. Bla bla. Sie sagt jetzt, dass uns Monster vielleicht angreifen. Und dann müssen wir einfach nett mit ihnen reden. Das ist der Sinn von dem... Ähm. Ähm. True pacifist playthrough. Man soll sich... Man soll die... Äh. Die Menschen... Äh. Die Monster nicht bekämpfen. Okay. Ähm. Ja. Okay. Komm. Geh weiter. Ich werde wahrscheinlich nicht alle... Ähm. Ähm. Ihr wisst was ich meine. Ich werde nicht alle Dialoge vorlesen. Aber ich werde sowas Wichtige und sowas vorlesen. Und hin und wieder erklären, was gerade passiert für die Leute, die es nicht wissen. Und ja. Ne. Das ist nicht Ezreal. Das ist Toriel. Das ist die Mutter von Ezreal. Okay. Tu mir noch mal leid. Ich fand's gerade noch ganz witzig. Das ist der Puzzle, but. Hier. You take my hand for a moment. Und das ist eine Erdbeere. Zu mir leid. Es sind noch zwei Erdbeeren da. Alle guten Dinge sind zwei. Und ich weiß, dass es drei sind. Ich bin nicht Bäm. Ich tue nur so. So. Ich bin fertig. Okay. Ähm. Jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir. Habe gerade extra für dich gegoogelt. Stolz auf dich. Jetzt müssen wir am Ende des Raumes laufen, um unsere Eigenständigkeit zu testen. Oder was? Die Eigenständigkeit oder Vertrauen? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. So würde es uns jetzt eh gleich sagen. Äh. 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 Ja. Und sie versteckt sich eigentlich nur hier hinten. Weil wir sind nicht behindert. So. Äh. Äh. Warte. Ähm. Ja. Independence. Ja. Sie hat recht gehabt. Also ich habe recht gehabt. Unsere Eigenständigkeit. Okay. Ähm. Und sie hat uns jetzt eigentlich gesagt, wir sollten in den Raum bleiben. Und sie hat uns ein Handy gegeben. Und wir sollten auf sie warten, während sie etwas macht. Das tun wir nicht, weil wir Rebellen sind. Excuse me, human. I have some advice for you about battling monsters. If you act a certain way or fight until you almost defeat them. Genocide oder Pacifist. Das steht im Titel, mein Freund. They might not want to battle you anymore. If a monster does not want to fight you, please. Use the mercy, human. Okay. Ja, werde ich. Keine Sorge. Okay. Ähm. Speichern wir mal. Und der erste richtige Gegner war Wimson. Oder Wimsoon. Ach, ich spreche den aus wie ihr wollt. Den kann man einfach normal verschonen. Wenn die, ähm, Namen lila, äh nicht lila, ähm, gelb sind, dann kann man sie einfach verschonen. Okay. Und hier nehmen wir uns jetzt ein, eine Süßigkeit. Und wir nehmen noch eine, weil wir solche Gangster sind. Und noch eine. Und jetzt haben wir es umgeworfen. Yay, Pacifist. Ja. Ähm. Wegen Ezreal, weil ich ihn auch sehen will und so. Ähm. Okay. Nochmal Wimson. Wie gesagt, einfach ganz chillig, äh, verschonen. Ich, ich werde mich wahrscheinlich ein bisschen beeilen bei dem Run. Aber, ne, ne, ich werde mich schon ein bisschen Zeit lassen. Damit die ganzen Leute, die das noch nicht kennen, auch verstehen. Okay, ähm, Toriel ruft uns an und fragt mir, was wir lieber möchten, Zimt oder Butterscotch. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, was Butterscotch ist, tut mir leid. Aber ich mag Zimt gerne. Zimt, äh, Zimt is very good. Äh, 10 points. FFL 88, FFL 88. Vielen Dank, äh, für den Follow und willkommen im Stream. Ich hoffe, du hast Spaß. Okay, ähm, Frogit, der ist ganz klein. Man muss ihn einfach ein Kompliment machen. Und er versteht zwar nicht, aber er fühlt sich trotzdem sehr geehrt. Und... Oh! Hahaha! Wie schlecht das grad war. Nicht, weil bei der Attacke bekomme ich's geschissen auszuweichen. So, ne, wir haben keine Allergien, liebe Toriel. Nicht Ezreal Toriel. Okay. Äh... Schauen, ob ich's first try schaffe. Okay. Ja. Und noch ein Follow. Kannst du mich Flo nennen, please? Okay, ich nenn dich Flo. Nicht mal das schaffst du. Ah, danke. Trolli Loller, äh, warte. Trolli Loller. Ja, okay. Vielen Dank für den Follow und willkommen beim Stream. Habt viel Spaß. Ich bekomm es nicht geschissen. Butterscotch ist ein Karamell- äh, Bourbon. Dankeschön. Okay, äh, die kann ich auch alle verschonen. Okay, und jetzt müssen wir einfach hier die Steine verschieben, aber der kann reden, ey. Jaja, komm. Also, ah, jetzt verschiebt er uns auch. Ja, aber er bleibt nicht drauf, weil er ein Bad Boy ist. Okay, gut. Meine Beschreibungen sind die besten. Kann jeder das Spiel genießen. Karamellbonbon, ernsthaft? Ich habe einfach mal Vertrauen, weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Warte mal. Ich stream jetzt. Äh, ich stream jetzt. Ich google jetzt das extra. Butter... Butter... Scrooche. Butter Scrooche. Butter Scrooche. Süßware. Butter... Butter Scrooche sind die im Wesentlichen aus braunen Zucker und Butter hergestellt wird. Ah, das ist deutsch. Äh. Hab gegoogelt, okay. Deutsch. Karamellbonbon. Okay. Also, es hat was mit Karamell zu tun. Das weiß ich. Ja, es hat was mit Karamell zu tun. Okay, gut. Wow. Wir haben wirklich sehr tolle Konversationen. Ich meine, unter dem Spiel einfach mal darüber philosophiert, was einfach Butterscotch heißt. Aber ich habe gedacht, das wäre ein Kuchen. Ne, das würde keinen Sinn ergeben. Denn sie macht uns einen Cinnamon Butterscotch Kuchen. Da macht sie uns einen Kuchenkuchen. Und das wäre komisch. Ach, und jetzt habe ich es gar nicht erklärt. Wir treffen hier auf Napster Blue keinen sehr coolen Charakter in meinen Augen. Auch wenn er nicht sehr oft vorkommt. Aber ich mag ihn. Okay. Ähm. Und wir müssen ihn einfach ein bisschen aufheitern. Damit er glücklich wird. Oh mein. Ja. Ja. Jesus. Jesus. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Weil ich nicht mal das geschissen bekomme. Really not feeling up to it right now. Sorry. Äh. Oh. Oh. Bepster Blue. Okay. Tut mir leid. Ich habe den Nightbot noch drin. Ich habe das vergessen. Weil er bei Caps irgendwie Krebs bekommt. Napster Blue. Ja. Napster Blue ist cool. Ja. Ich werde das Spiel heute durchspielen. Also. Eigentlich geplant. Wenn alles wie geplant verläuft. Dann werde ich es heute durchspielen. Napster Blue wants to show me something. Ach das war es schon. Ja. Und jetzt haben wir ihn glücklich gemacht. Ich nenne ihn Dapper Blue. Do you like it? Ja. Ich mag es sehr Napster Blue. Er ist ein liebenswerter Charakter. Ich mag ihn. Oh gee. Oh. I usually come to the ruins. Because there is nobody around. But today I met somebody nice. Caro. But that command doesn't work anymore. Oh. Ach okay. Oh. Oh. Hat er Nightbot ein Update bekommen? Heute durch. Nice. Ich bin heute dabei. Woo. Haha. Cool. Dann schön dass jemand dabei ist. Okay. Napster Blue. Tschüss. Ich würde mal vermuten. Weil du auch nach Pacifist und Genocide gefragt hast. Äh. Gefragt hast. Würde ich mal vermuten. Dass du das Spiel schon durchgespielt hast. Wahrscheinlich. Würde ich mir einfach mal sagen. Joa. Ähm. Und ja. Ich werde das Schneemalteil behalten. Ich habe das auch schon bei meinem letzten. Ähm. Run behalten. Aber ich habe das nicht. Hab den nicht gestreamt. Okay. Und jetzt ruft uns Tori nochmal an. Und erklärt uns. Dass wir Sachen aufheben können. Es ist by the way. Für die die wissen. Ich wissen das ist mein sechster. Äh. Mein. Sechster. True Pacifist Run. Und. Ja. Man kann vielleicht merken. Dass ich Undertale lezent liebe. Leider habe ich es nicht. Ach du hast es nicht. Oh das ist schade. Oh. Na gut. Ich habe von welchen jetzt gerade einen Freund geschenkt. Deshalb kann ich es dir leider nicht schenken. Wenn ich es gerne tun würde. Na gut. Ich kann auch nicht jeden Undertale schenken. Haha. Das wäre dann doch ein bisschen Verlust. Äh. Äh. Okay. Ähm. War es das schon? Okay. Ne. Bei dem müssen wir nicht viel machen. Der tanzt für uns. Und das war es dann schon. So. Ich hole mir jetzt noch das Failed Ribbon. Das was hier unten ist. Ribbon. Ja. Ich spreche jetzt Ribbon aus. Und klinge ich ganz fancy. Also an alle die Undertale nicht gespielt haben. Ihr solltet das spielen. Es ist cool. Ich meine. Wenn ihr es bei mir sehen wollt. Dann kann ich dagegen nichts machen. Aber. Das Spiel ist besser wenn man blind da hineingeht. Also. Nur aus meiner eigenen Erfahrung her. Okay. Ähm. Jetzt kommt das hier. Ich hoffe ich bekomme das beim ersten Mal geschissen. Weil ich dort sehr oft Fehler mache bei dem. Weil wenn man dort einmal den falschen Knopf drückt. Dann fällt man hinunter. Was scheiße ist. Okay. Gut. Richtig. Und wir werden angegriffen von. Ach schon wieder den gleichen. Oh mein Gott. Servus. Hallo Risotto. Was geht konkret? Ähm. Was der hier? Oh mein Gott. Yes. Woo. First try bitch. Profi. Okay. Ähm. Wenn wir hier hingehen. Äh. Und da ist die Stimme wieder ab. Was ist denn heute mit meiner Stimme los? Wenn die jetzt schon so abkackt. Ey. Verfickte Scheiße. Ähm. Das bringt uns eigentlich nichts. Aber ich nehme es einfach mal mit. Scheiß drauf. So. So. Und jetzt treffen wir auch schon auf Toriel. Oh dear. That took longer than I thought it would. Than I thought. Ähm. Alter. Meine Aussprache ist heute wieder phänomenal. How did you get here my child? Are you hurt? Ja. Ein bisschen. There, there. I will heal you. Dankeschön. I should not have you left. I should not have left you alone for so long. I was irresponsible to try to surprise you like this. Ehh. Well I suppose I cannot hide it any longer. Come. Come smell one. Ähh. Ich sollte einfach langsam sprechen oder einfach mal meine Schnauze halten. Das wäre ja nicht schlecht. Okay. Ähm. Do you smell that? Surprise. It is a butterscotch cinnamon pie. Ja. I thought we might celebrate your arrival. I want you to have a nice time living here. So I uh. So I will hold off on snail pie for tonight. Here. I have another surprise for you. So. Jetzt bekommen wir unsere eigene Hood ey. Woo. Yay. A room of your own. I hope you like it. Ja. Wäre ich. Aber ich werde trotzdem weglaufen. Weil ich ein Rebell bin. Und ich finde das hier süß. Haben wir einfach Kuchen da und sind zugedeckt. Das ist sehr süß. Okay. Und jetzt haben wir ähm. Butterscotch Kuchen bekommen. Also butterscotch cinnamon pie. Stück haben wir jetzt bekommen. Und ja. Und jetzt reden wir mit Toriel. Ähm. Hier ist nichts. Brand name chocolate bar. Okay. Ähm. Apple ready I see. Kuchen. Yay. Ja. Um I want. I want you to know. Ja. Okay. Jetzt erzählt sie uns. Dass sie gerne eine Lehrerin sein will. Und dass sie mit uns. Ganz viele. Auch fuck. Jetzt habe ich gesagt. Dass es interessant ist. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ähm. Ich soll nämlich fragen. Wie man aus den Ruinen herauskommt. Äh. Sometimes lebt er. Jaja. Ich will hier raus. Tschüss. Kein Kuchen. Ein Bonbon. Da steht sogar. Pie. Mein Gott. Jesus. Christus. Hehehe. Mein. Hehehe. Hehehe. Ah. You wish to know. Now to return home. Do you not? Ahead of us lies the end of the ruins. Warte mal. Jetzt bin ich gerade gespannt. Ob es ein Butterscotch cinnamon pie auch in echt. Wohl warum soll es sie nicht geben? Bin ich behindert? Natürlich wird es nicht geben. Butterscotch. Ich kann nicht schreiben. Cinnamon Pie. Ja. Natürlich gibt es den. Wie sieht denn der aus? So sieht der aus. Warte mal. Äh. Wo habe ich denn die Desk? Na hier. Ah. Falsch. Spiele. Ah. Hier. Hier. So sieht ein Butterscotch pie in echt aus. Ich habe keine Ahnung warum ich das Spiel so oft für solche irrelevanten Dinge unterbreche. Aber ich mache es. Deal with it. Okay. Ähm. So. Jetzt sagt sie uns das vor uns das Ende der Ruine liegt. Aber. We. Don't give a fuck. Weil wir cool sind. Okay. I've seen it again again. They come. They leave. They die. Ja es ist leider wirklich so. Aber ist okay. Komm. Was habe ich verpasst? Jetzt habe ich Hunger. Tut mir leid. Ja das war ein Asriel Hintergrund. Und. Wir haben Diskussionen darüber gehabt. Dass Butterscotch heißt. Ähm. Dass Butterscotch cinnamon pie wirklich ein Kuchen ist und kein Bonbon ist. Du willst so schlecht leben. So. Und jetzt unser erster Bossfight. Favourite Charo und Ferro. Okay. Äh. Komm. Los geht's Kampf. Amina Koi. Hopes and Dreams. So. Hopes and Dreams. Äh. Hopes and Dreams. Ja. Hopes and Dreams ist ein gutes Lid. Oh Gott. Jetzt Heartache. Heartache ist. Really good. It's going to be great movie. Aua. I'm going to see it. Okay. Entschuldigung. Ich sollte aufhören mit den witzigen XD Memes. Oh mein Gott. Bin ich gerade behindert. Hopes. Nee. Proof yourself. Yourself. Ja. Yourself. Oh mein Gott. Bin ich gerade behindert. Und ich heile mich zum ersten Mal, weil ich absolut nichts geschissen bekomme. Uh. Na. Sieht man, dass ich das Spiel sechsmal durchgespielt habe? Nee. Nee. Hab ich nicht. Nee. Sieht man nicht meine ich. Weil ich absolut komplett geistig behindert bin. Wie man sieht. Aber ich bekomme es trotzdem irgendwie hin. Jedes Mal. Ah. Warte mal. Man kann einfach hier unten bleiben. Ich wollte gerade nichts schreiben. Okay. Das ist schon zu wissen. Ja. Komm. Toriel. Ich weiß, dass du mich nicht bekämpfen willst. Ey. Selfie. Selfie. Haha. XD. Entschuldigung. Ihr seid heiter alle solche Komiker. Da muss man einfach XD sagen. Illuminaten hier. Nö. Stop it. Niemals. Was. Aua. Okay. Wenn man hier. Hier. Kleiner. Tipp. Wenn man einfach hier unten bleibt. Dann. Kann man scheinbar keinen Schaden bekommen. Ah. Das war genau die falsche Richtung. Okay. 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 Ah. Also. Der Trick bei ihr ist einfach sie immer zu verschonen. Bis sie sich denkt. So. Ne. Ich kann das. Das. Aber. Warum. Nehm ich gerade das Spiel selber nicht ernst. Dum dum dum. Oh. Oh mein Gott. Ich mache. Okay. Es tut mir leid. Ich mache den Nightbot aus. Ich mache jetzt den Nightbot aus. Warte mal. Ähm. Okay. Ähm. So. Tut mir leid. Ich vergesse immer wieder, dass ich den Kack Nightbot raushauen muss. Weil er sonst alle Leute sofort timeoutet. Okay. Jetzt ist der Nightbot weg. Jetzt könnt ihr wieder so viel rumschreien wie ihr wollt. So. Tipps & Tricks wie Matthias. Geht einfach hier unten hin. Und ihr sterben. Und ihr sterben ist. So. Tut mir leid für den Timeout. Ich kann den gerade leider gar nicht beenden. Tut mir leid. Oh man. Jetzt fühle ich mich voll schlecht. Toriel ist acting flirty. RIP in peace Nightbot. Ich weiß, du willst nach Hause, aber... But please, go upstairs now. Nooooo Lass es nicht gehen Drin海 Ah Ey Das war nicht ernst gemeint Funktioniert Mahah Pathetic is it not I cannot even say for single child Such sad Machwao Okös Ne das wird noch traurig Machsaës So, ich hab das jetzt einfach mal übersprungen, weil ich den schon kenne, aber bei Ezreal werde ich nichts überspringen und, ja, werde ich alles vorlesen mit einem großen Genuss. So, oh, ich hasse diese Szene, wo sie einfach umarmt und dann geht sie und dann dreht sie sich noch ein letztes Mal um. Das ist traurig, das ist sehr traurig. Aber wir werden, äh, nee, wir werden sie nicht mehr wiedersehen, hust, hust. So, jetzt der Walk of Shame, wie ich ihn gerne nenne. Warum schreiben alle in Englisch? Na gut, tue ich auch MADE, weil Memes in Englisch gehören. Clever, very clever. You think you're really smart, don't you? Ja, in this world it's kill or be killed. So you were able to play by your own rules. Ich hasse diese Voice Cracks immer. You spared the life of a single person. Toriel is cute, you are. Hehe. I bet you feel really great. You didn't kill anybody this time. But what will you do if you meet a relentless killer? Ah! You'll die and you'll die and you'll die. Until you tire of trying. What will you do then? Will you kill out of frustra- Frustration? Or will you give up entirely on this world? And let me inherit the power to control it. Inherit, ja. I am the Prince of this world's future. Ja, okay. Miss Karo spielt jetzt Antwarn. Nee, du spielst jetzt nicht Antwarn. Du guckst jetzt meinen Streamer, mein Akroi. Okay, entschuldigung. Okay, und jetzt beginnt das richtige Spiel. Oh mein Gott. Mein, ich muss das mal kurz ansprechen. Wie lange hast du jetzt Undertale schon gespielt? Warte. 40 Stunden. Ich will noch auf die 100 Stunden kommen. So, ich würde das mal kurz ansprechen, weil... Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich... Natürlich, falls ihr meinen Kanal verfolgt, würdet ihr es auf jeden Fall wissen, aber... Ich mache halt hin und wieder Undertale-Edit. Und ich habe letztens so den behindertsten Undertale... Ähm, Edit... Ähm, gemacht. Und er hat... Und... Dieser Edit wurde einfach von meiner Lieblings-Editorin mit 22.000 Followern... Rewind. Und jetzt ist mein Wein gerade ein bisschen am explodieren und ich bin dezent stolz auf mich. Die Blume wird mich in meinen Albträumen verfolgen. Ja. Hust... Der Plottwist wird dich dann überraschen. So. Und jetzt treffen wir Sans zum ersten Mal. Human. Irinahui schreibt Robin. Don't you know how to greet a Neopal? Turn around and... Shake my hand. Ähm. Jetzt kommt gleich der größte Jumpscare EU. Joach. Rip in peace. Okay. The old Whoopie Cushion in the Hand-Trick. It's always funny. Anyways, you're a human, right? Nee, ich tue nur so. Haha, XD. That's hilarious. I'm Sans. Sans the skeleton. I'm actually supposed to be on watch for humans right now. But, you know, I don't really care about capturing anybody. Now my brother Papyrus. He's a human hunting fanatic. Hey, actually, I think that's him over there. Over there? I have an idea. Go through this gate thingy. Yeah, go right through it. My brother made the bars too white to stop anyone. Yeah, his brother is a professional. Puppertät und so ne scheiße. What are you even doing? Staring at this lamp. It's really cool. Do you wanna look? Nyeh heh heh. Jeder kennt die Musik. No, I don't have time for that. What if a human comes through here? Who'st? I want to be ready. I will be the one. I must be the one. I will capture a human. Then, I, the great Papyrus, will get all the things I utterly deserve. Respect, recognition. I will finally be able to join the Royal Guard. People will ask to be my friend? I will bathe and shower of kisses every morning. Maybe this lamp will help you. Sands, you're not helping, you lazybones. Ich muss jetzt wieder in die Schule wegen Tontechnik. Okay, tschüss. Viel Spaß. All you do is sit and boondoggo. So sad. Ja, das ist wirklich sehr sad. You get lazier and lazier every day. Hey, take it easy. I've gotten a ton of work today. A skeleton. Viel Spaß noch im Stream. Vielen Dank. Sands. Come on, you're smiling. I am and I hate it. Why does someone as great as me I have to do so much just to get some recognition. Wow, sounds like you're really working yourself. Down to the bone. I will attend to my puzzles. As for your work, put a little more backbone into it. Papyrus and Sands, meine Damen und Herren. Okay, good. Dann geht's jetzt weiter. Actually, hey, hate to bother you, but can you do me a favor? I was thinking my brother's been kind of down lately. He's never seen a human before and seeing you might just make his day. Why? Just make his day. Don't worry, he's not dangerous. Even if he tries to be. Thanks a million. I'll be up ahead. Okay, tschüss, Sands. Okay. Hier finden wir eine Angel mit einem Bild von einem komischen Monster und einer Nummer, die wir leider nicht anrufen können. Ich fände es wirklich lustig, wenn man dort wirklich anrufen könne. Ne, nehme ich einfach mal mit. Nicht mit. Okay, und hier ist wieder Papyrus und Sands. Wenn ich in der Technik für den Schulabschluss arbeiten, würde ich einfach nur eine Karte von Niki Minash machen, einfach weil ich meine Klasse hasse. Und der Bürgermeister sitzt auch in der Abschlussübergabe im Publikum. Oh Mann, find das schön. Sands? Oh mein Gott, ist das ein Mensch? Ja, das ist der Stein, das ist der Mensch. Actually, I think that's a rock. Oh. Hey, what's that in front of the rock? Noch ein Stein. Oh mein Gott! Is, is that a human? Yes. Oh mein Gott! Is that a fan? Okay, gut. Ja, 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 ist okay. Er wird uns einfangen. Ist okay, tschüss. So, jetzt muss er jetzt kurz überspringen. Nach dem sechsten Mal wird's ein bisschen anstrengend. Okay, Snowdrake. Spielst du danach was anderes oder ist dann der Stream aus? Kommt drauf an, wann ich fertig werde. Okay, Snowdrake ist ziemlich easy. Man ignoriert ihn einfach, dann lacht man über seine Witze und dann kann man ihn eigentlich schon verschonen. Tipps von einem Typ, der Undertale sechsmal durch... Ey, ich mach jetzt eine Serie. Tipps von einem Typen, der Undertale zu oft durchgespielt hat. Ja. Okay, jetzt treffen wir auf Doggo, ein ziemlich witziger Gegner. Und jetzt, ähm, lernen wir auch das Prinzip, hello, do you hear me? Nee. Nein. Ähm, und jetzt lernen wir auch das Prinzip der, ähm, blauen Attacken kennen. Nämlich bei blauen Attacken einfach nicht bewegen, da machen sie ja keinen Schaden. Und jetzt, ähm, streiche wählen, dann er so, oh mein Gott, oh, what the fuck, was passiert hier? Ja, mein Adolfo. Und dann, lass uns in Ruhe. Beim ersten Mal, bei meinem ersten Playfro hat mich das so dermaßen überfordert. Äh. I was wondering, if after all the years you would like to meet. Wunderschön. Okay, jetzt erklärt er uns das nochmal. Äh, und... Okay. Okay, hello from the Judas. Okay, ihr habt echt kein Leben, ne? Okay, ähm, jetzt nehme ich mir das Schneemannstück. Komm, her damit. Dankeschön. Das fehlt das Mario bei It's Me. Achso, okay. Cancer, Cancer everywhere. Sehe ich auch so. Okay, gut, jetzt kommt einfach... Ey, mein Gott, mein Chat ist einfach so behindert, ne? Einfach anstatt, dass sie irgendwas zum Spiel schreiben, einfach singen sie, hello. Ich meine, okay. Ja. Warum hast du Undertale nicht corrupted? Ja, weil ich es auch spielen will. Sagen wir so. Okay, try now. Nö. Oh Gott, das war gerade ein bisschen knapp. Wie heißt du in echt, Matthias? Incredible, you slippery snail. You solved it so easily. Too easily. However, the next puzzle will not be easy. It is designed by my brother, Sans. You will surely be con... Con... Confounded. Ich hoffe, du bist bereit für... Ein Kreuzvertreter. Boah. Boah, ist mir zu schwer. Okay. Science, that didn't do anything. Whoops. I knew I should have used today's Crossword instead. This stream is sponsored by... Glitch Master, Hendrik. Ja, er hat mir das Spiel gekauft. Reibst schön jeden unter die Nase. I knew I should have used today's Crossword instead. Was ich jetzt hier finde, ich habe mittlerweile mehr Spielstunden als er in Undertale. Boom. Deal with it. Entschuldigung. Crossword? I can't believe you said that. In my opinion, Junior Jumble is easily the hardest. Ich habe gerade extra wegen dir Twitch gemacht. Oh, das ist süß. Dankeschön. What? Really, dude? That easy peasy word scramble. Okay, Matthias. Richtig so. Also... Also, weißt du, an wen du ähnlst? Den Typen von Hayne Collodian. Was? Okay, ja, übrigens, Matthias ist so richtig geschrieben. Du bist so ziemlich der einzige Mensch, der was Matthias richtig schreibt. Also, man kann es natürlich auch mit 2 T schreiben. In meinem Fall schreiben wir es mit 1 T. Warte mal, jetzt würde ich wissen, was... Von Hayne Collodian, das ist das. Oh, scheiße, ich habe auch so den Lightroom geöffnet. Oh, mein Gott, ich hasse das. Das passiert mir so oft. Bitte, no homo. Das no homo war unnötig. Tut mir leid, ich kann das einfach nicht... Ich kann das nicht ausstehen, wenn das jemand sagt. Es ist so verfickt unnötig, no homo. Ah, Entschuldigung. Ich mag das einfach überhaupt nicht. Okay, ich rege mich zu sehr auf. Hey, Nickelodeon, Max. Was ist das? Ich habe auch nicht so viel Zeit wie du. Hab du mal in der 10. so viel Zeit wie Matthias? Ja, Psch, komm. Trotzdem. No hetero. Ja, das genau. Humans, so does this dispute. Okay, gut. Okay, gut. Wir werden Spaghetti. Weil... Papyrusmark, Spaghetti. Ach, genau. Warte, ich muss hier oben hin. Aber ich kenne das Hey Nickelodeon nicht. Bin ich... Habe ich irgendwas verpasst oder was ist das? Raus. Was ist das? Ich kenne das wirklich nicht. Nein. Nein. Nein, einfach nein. Ja, dann erklär mir, was das ist. Ich weiß wirklich nicht, was Hey Nickelodeon ist. Ich gucke nie Fernsehen. Also so gut wie gar nie. Was heißt das so gut? Ja, gar nicht. Ich gucke nie Fernsehen. Ich meine, ich kann mir meine Filme online ansehen. Ich habe ein paar DVDs bei mir rumstehen. Also, hm. Nickelodeon ist scheiße. Hast also nichts verpasst. Ja. Nickelodeon ist sehr scheiße. Warte mal. Ich gebe euch mal kurz einen Grund dafür. Hey Nickelodeon ist eine Serie von Nickelodeon. Wow. Cool. Sagt mir sehr viel für einen Typ, der... Ach, ist okay. Okay. So. Warte mal. Nickelodeon. Ich gebe euch jetzt mal einen Grund, warum Nickelodeon Krebs ist. So. Seid ihr bereit für Krebs? Seid ihr bereit für Krebs? Oh, wow. Oh, wow. Silent out. Nickelodeon. Let me that weekend. Let me that weekend. Now watch me whip. Kill it. Now watch me nana. Oh, wow. Now watch me whip. Whip. Watch me nana. Yeah. Wamey boy. Now watch me whip. Kill it. Watch me nana. Oh, wow. Oh, wow. Entschuldigt mich bitte. Ich brauche das. Okay. Entschuldigung. Ich habe mich nicht so leicht ablenken lassen. Okay. Ich hasse mein Leben. Wirklich. Ich hasse es. Ich hasse es. Die versauen mir einfach Spongebob mit so einer Scheiße. Mit so einer Scheiße. Seht ihr das? Seht ihr sein Gesicht? Seid einfach bitte tötet mich. The fuck. Raus. Nee. Nee. Brich mich. Einfach eins zu eins. Meine Reaktion. Ich habe euch lieb. Nein. Was ist das? Eure Reaktion. Wunderschön. Okay. Ich sollte mich nicht so leicht ablenken lassen. Jetzt haben wir so einen Mini-Boss-Fight eigentlich. Aber wer ist der Typ? Das ist Krebs in Form von einem Menschen. Krebs in Form von einem Menschen. Eure Reaktion. Eure Reaktion. Okay. So. Weiter im Spiel. Krebs. Das ist wirklich schlimmes Krebs. Krebs hoch zwei. Krebs hoch 9000. Und Krebs. Krebs. Ich finde das aus irgendeinem Grund witzig. Krebs. Ach. Nochmal. Ach. Okay. Gut. Nee. Ist schon richtig geschrieben. Wenn du Krebs meinst. Wir haben hier einen richtigen Profi-Gans. Ey. Matthias. I'm sorry. Matthias. Matthi. Oh. Oh. Wir haben hier einen richtigen Komiker. Matthias. Hat mir gerade Hendrik geschrieben. Was? It's ten. Oh ne. Echt ey. Oh mein Gott. Okay. Gut. Soviel zu diesem kleinen Bossfight. Okay. Warte im Text. Ich lasse mich einfach viel zu schnell ablenken. Ähm. Hä? Bin ich... Was? Wie habe ich gerade das bekommen? Hä? Hä? Was habe ich gerade gemacht? Okay. Ich weiß auch nicht wie ich... What? Sei... Geh weg. Hä? Ich habe das noch gar nicht geschafft. Hä? Der Dialog soll getriggert werden, wenn ich es geschafft habe. Oder... Okay. So. Hast du mich jetzt? Nö. Ich finde, deine Witze sind nur wirklich unglaublich witzig. XD. Okay. So. Hier wieder ein Easy Puzzle. Das bekomme ich jetzt aber First Try hin. Wenn nicht, dann gehen mich ja hängen. So. Huch. Huch. Äh. Was kann ich denn heute eigentlich? So. Fertig. ECPT. So. Ich lasse mich viel zu schnell ablenken. Ich sollte mir angewöhnen, mich mehr auf das Spielgeschehen zu konzentrieren. Okay. 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 Gut. Jetzt erklären uns was. Das brauchen wir aber eh nicht. Übrigens. Ähm. Es wird noch später ein bisschen vorkommen. Einer der lustigsten Streams, die ich je erlebt habe. Oh. Mach doch mal First Try Megalovania. Mein Toilettenpapier redet japanisch. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Ich hab's im 0. Versuch geschafft. Oh ne. Hat er nicht gesagt. Nein. Ich wundere mich nicht, dass es aus Japan kommt. Oh fuck. Nein. Oh jetzt hab ich's falsch gemacht. Toll. Danke Chat. Oh. Alter ey. Aktive Zuschauer. Schämt euch. Ach. Immer diese aktiven netten Zuschauer ey. Das fällt euch eigentlich ein, mich abzulenken. Ne. So. Und. Yay. Mein Toilettenpapier kann nur Vaporwave. Was ist denn mit euch los ey. It's time to stop. No more. So. Jetzt bin ich noch mal ganz kurz. Ich muss noch mal ganz kurz unhilflich sein. Oh. Tut mir leid. Entschuldigung. Mein Toilettenpapier kann Spanisch und macht mich an. Okay. Das ist schön. Hier ein kleines Secret, wenn man sich alle von diesen Schneehaufen anguckt. Dann erwartet uns beim letzten eine kleine Überraschung. Surprise Budsex. Okay. Entschuldigung. Wie ist eigentlich dieses Chatthema aufgekommen? Ein random Typ namens Obito Masuka ist reingekommen. Und hat gesagt, dass ein Toilettenpapier japanisch kann. Und wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt aus den letzten Schneehaufen 30 Gold bekommen. Oder waren es 30? Keine Ahnung. Ich hab mich schon wieder abgelenkt. Egal. Arriba. Egal. 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 gehen gleich mal was einkaufen okay fertig gut mein deutsch kann englisch okay hier ist grillbar ist wird noch eine kleine rolle spielen schaut eins plus 1 hier ist die library okay okay das ist eigentlich relativ uninteressant treffe sich drei männer alle heißen günther außer klaus das ist eigentlich das ist ich stelle jetzt mal die frage was mit euch los ist geht es euch gut ach man ja gut ich sollte es sollte nichts sagen ich bin selber nicht sehr viel besser aber okay so und jetzt treffen wir auf der die papyrus ok ja jetzt relativ leicht eigentlich human er sagte uns so er will unser freund sein aber nein er kann es nicht er muss mich einfangen um dem royal guard beizutreten wenn die afd an die macht kommt darf ich dann zu dir nach österreich ja besser kommt zu mir ja kommt und komm her bist willkommen okay wir flirten mit ihnen treffen sich von frauen nur frauen verstehen den witz frauenlogik xd okay okay wir müssen mit den flirten die wollen homosexuellen linds gibt was wirklich okay das muss ich nicht dass die so schlimm sind okay also ne eigentlich musste ich das gerade gar nicht machen also wenn man mit ihm flirten dann triggert matthias lebst du in österreich ja ich lebe in österreich warte mal ich mache es ich weiß man soll den ausweichen aber ich mache das so weil man muss einfach auf ein hp runter kommen dann bitte einen gefangenen gefangen nehmen und nach drei mal wird er dann einfach ja sagen ich kann nicht zusammen und dann kann man sich mit ihm befreunden und weitergehen so funktioniert das im passiv ist ach du auch du lebst auch in österreich das ist cool hallo österreich ist toll okay gut jetzt wird er daher wird die rüge aber es ist die able able to capture you okay gut und jetzt wird er uns in seine in sein gefängnis einsperren aber es ist nur seine garage oberösterreich ich tirol also liebst du doch ein bisschen weg das ist schade sonst würde ich hingehen und dir mal eine richtig klatschen die spaß so er kommt papyrus ja auf twitter trenne gerade homosexuell ins gefängnis und er kommt was alter btf dann habe ich ja glück denn bei uns will ja alexander von der bellen will ist ja für die gleichberechtigung von homosexuelle paare was ich gut finde verstehe sowieso nicht warum das noch immer nicht überall legal ist und sogar in manchen ländern mit der todesstrafe bestraft wird was einfach absolut einfach hirn verbrannt ist es ist echt traurig ich bin auch für die homosexuelle das ist schön dass jemand zustimmt beim bei uns in der klasse wird man dort oft einfach nur als schwuchtel angestell abgestempelt was natürlich applaus ich mag meine klasse wirklich nicht okay und jetzt sagte ich werde ich werde ich werde dich gefangen nehmen und das kein bock zu flüchten denn wir haben hot dogs cool ich mobbt jetzt auf social media ja bis wir machen verdienen ist einfach so richtig hart naja wenigstens ist die fp weg sonst wären wir vergast ja das ist wirklich so ich bin echt ich bin so froh dass hofer nicht gewonnen hat und vor allem es war einfach so verfickt knapp ich meine beim ersten mal war ich da ziemlich klar dass hofer am gewinnen also mit der größten mehrzahl also mit der mit den größten überstelle was rede ich eigentlich mit den meisten stimmen ich kann kein deutsch es tut mir leid und dann einfach bei der zweiten stichwahl dachten sie so easy xd junge gedreckt und ja von der ball hat gewonnen ja ich glaube in teilen von afrika und sowas würde ich mich nicht ich bin mir gerade nicht selber nicht ganz sicher wo das noch mal war wenn ich dachte spüren gewinnen okay an der bellen ist gut aber naja kennst du boku no pico ja leider bitte sprechen nicht darauf an nein raus erkennt wohl jemand boku no pico ne jetzt geh weg mit euphoria ne ich schwör dir geh weg raus ich hasse euch diese ganzen erinnerungen ich hasse euch so sehr jetzt kommt das alles wieder hoch ich geh jetzt zum psychiatre tschüss na gut die gute musik kann ablenken ich hasse euch alle okay jetzt müssen wir ihm zuletzt mal ähm bekämpfen jetzt heute uns glaube ich jetzt oder wasser schon denke jetzt befreundet er sie mit mir was ist was ist you nee frag nicht nach du guckst ihr dann sicher nicht an nee Mars of destruction das beste ey könnt ihr jetzt aufhören mit diesen ganzen verfickten ähm kranken animes ohne witz Papa to kiss in the dark okay erstmal googeln das kenn ich nämlich nicht Papa to kiss in the dark das ist einfach so ein inzest anime inzest anime vater und sohn na gut hätte ich mir beim titel eigentlich denken können corona ist ein doof batz ja corona ist wirklich ein krachspast was ist das für ein anime ja da ja da äh äh okay gut ich schwöre mein deutsch ich kann spanisch okay you just missing my face too much bonjour okay jetzt sagen wir nein ich will ihn nicht bekämpfen und jetzt ähm können wir uns mit ihm befreunden hab den mal ein fuck you gift auf twitter gesendet ja und stolz mache jetzt auch komm ja hab ich nicht gesagt ich will mich nicht ablenken lassen oder so so hier mit wunderschöner musik im hintergrund ähm fuk you xd so ein guter was würde denn passen das passt gut das das nehme ich das nehme ich das nehmen wie heißen die überhaupt das ist afd berlin oder alternative für das ist es doch oder ja ja komm vergass die afd okay die musik im hintergrund passt einfach zu gut ey warum wir weinen die einfach warte mal okay tschuldigung ich muss mal kurz gucken ich bin gerade ein bisschen verwirrt oh mein gott ist der gerade explodiert oh mein gott guck guck mal wie der gerade explodiert ist und das für so ne scheiße hey he ain't playin no games na gut theoretisch hab ich jetzt ein bisschen gespoilert aber ich denke jeder kennt asyl 74 likes ehh löscht dich ok ok gut so jetzt haben wir uns mit ihm äh so jetzt haben wir uns mit ihm befreundet jetzt können wir uns nicht weitergehen so wie weit ich bin wir sind nicht mal bei einer stunde vom stream und ich hab schon papyrus besiegt so jetzt treffen wir auf sands und dann gehen wir mit ihm zu grillbys mhm 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 ja komm lass du grillbys 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 ne grillbys wie wird man moderator indem man entweder ein freund von mir ist oder indem man länger beim stream dabei ist Tut mir leid, ich mach dich noch nicht zum Moderator, dafür müsste ich dich besser kennen. So, und jetzt bekommen... Ich finde... Die Antworten von dieser Rechnung müssen... 1 bis 1... Ey, nicht so schwer. Okay, jetzt bekommen wir ein bisschen Pommes. Und jetzt nehmen wir Ketchup. Aber der Deckel fliegt runter und... Crawling in my skin. Ey, ich bin so gut im Beschreiben, ey. Oh, no Witz. Ich sollte eigentlich... Keine Ahnung, solche Hörbücher machen. Oder einfach solche Untertitel für Blinde. Also Untertitel... Ne, nicht Untertitel, das wäre ein bisschen sadistisch. Nein, also der Sohn fickt seinen Vater. Was? Aber der... Ne, der Sohn... Achso, okay. Der fickt sein... Aber... Der Vater ist nicht echt sein Onkel. Und dann fickt der Typ also... Der... Also der Sohn mit seinem besten Freund. Und später als sein Bruder entpuppt, der Vater aka... Onkel heiratet eine Frau. Und die ist dann Mutter von den beiden Typen. Also... Ey, ich will das lesen. Also... Also fickt der Onkel aka-Vater mit seiner eigenen Schwester. Also ich finde es gut. Okay, äh... Ich meine... Okay. Ach, Sense. Okay, gut. Haben wir das nicht durchgelesen. Bin stolz auf dich. Okay, gut. Jetzt geht's dann wirklich weiter. Zu Waterfall. Eine sehr schöne Gegend in meinen Augen. Aber... Ne, ne. Ne, ne. Davor machen wir jetzt erstmal das Date mit Papyrus. Was auch sehr toll ist. Okay. Wir gehen jetzt einfach direkt in sein Zimmer. Damit wir nicht so viel Gelaber ertragen müssen. Jedenfalls, wir daten ihn einfach. Ähm... Das brauchen wir für den True Pacifist Run. Die Antwort auf alles. Bananas. Okay. Der Soundtrack is nice von Waterfalls. Ja, der ist wirklich gut. Ja, ne. Ähm... Ist jetzt ein bisschen awkward, ne. Fische sind am wenigsten... ...überfahrene Tiere der Welt. Ach, ne. Was du nicht sagst. Okay. Okay. Ja. Ne. Okay, tut mir leid, dass ich das jetzt überspringe. Falls ihr das wirklich sehen wollt, dann guckt ihr euch ein Video auf YouTube an. Aber ich kenne das... Wie gesagt, 6 Playthroughs. Nach der Zeit wird es ein bisschen anstrengend. Also nicht anstrengend. Anstrengend ist das falsche Wort. Das Spiel ist genial. Aber trotzdem. Man kennt den... Ähm... Text in- und auswendig. Und dann... Findet man das bei der Zeit auch nicht mehr wirklich witzig. Okay. Und es sind Spaghetti. Geil. Okay. Jetzt essen wir sie. Und sie schmecken scheiße. Aber er findet es trotzdem gut, dass wir darauf... So... Leidenschaftlich reagiert haben. Wir könnten eine Reaction Channel aufmachen. Haha. XD. Entschuldigung. Ach man. Ähm... Ja... 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 Ich liebe dich. Ich liebe dich Papyrus. Aber er liebt mich nicht. Oh nein. I'm going to create myself. Wieder da. Hallo Papyrus... Äh... Warum sag ich... Ich nenne Karo Papyrus. Okay. Fühl dich geehrt. Aber nee. Hallo Karo. Okay. Fische XDS. If. Okay. Intellektuelle Konversationen im Stream von Matthias. Ist dann auf jeden Fall vor allem. Okay. Jetzt ab zu den Waterfalls. Diesmal wirklich. Denn jetzt steht uns eigentlich nichts mehr im Weg. Oder? Bö. Ich mag die Musik von Sands. Was hörst du so für Musik? Ähm... Bei der Zeit höre ich sehr viel den Undertale Soundtrack. Ähm... Tja, sehr viel Twenty One Pilots. Hin und wieder ein bisschen Heavy Metal. Und ja... Eigentlich alles möglich. Bei mir wechselt das sehr. Okay. Und jetzt treffen wir übrigens... Ähm... Auf... Undine zum ersten Mal. Ich mag einen Bär und mag Corona. Ja, ein Bär ist ja kein Problem. Ich meine, ich bin mit ihm befreundet. Aber Corona ist in echt... Ein ziemlich abgehobener... Abgehobener Hundesohn. Muss ich mal kurz sagen. Weil, wie gesagt, ein Bär hat Kontakt mit ihm. Ich hab Kontakt mit einem Bär. Der hat mir so ein bisschen was erzählt, was da wirklich so abläuft. Ja. Was ist deine Meinung zur momentanen Wirtschaftslage im Nordwesten von Weißrussland? Wieso? Hä? Habe ich da was nicht mitbekommen? Oder... Entschuldigung. Hä? Bin ich behind... Was ist da... Kann mir das mal wer sagen, was da passiert ist? Weil... Ich glaube, ich bin dort nicht ganz so... Auf dem neuesten Stand. Denn... Ja, ich weiß gerade nicht. Tut mir leid. Ich weiß gerade wirklich nicht, was da los ist. Tut mir leid. Okay. Jetzt sind wir wirklich bei den Waterfalls. Aaron. Hallo, Aaron. So. Aaron ist ein relativ leichter Gegner, wenn man... Wenn man nicht so behindert ist wie ich. Ah. Ah. Ne. Oh mein Gott. Es ist hier gerade... Äh. Sorry, wenn ich nicht aufschreiben kann. Ist okay. Lass es dir schmecken. Okay, gut. Ich habe es sogar geschafft. Und das mit... Alter, habe ich gerade viel Schaden genommen für so einen Gegner. Ey. What the fuck? Ich werde mal hier kurz ein Secret zeigen. Warte mal. Äh. Ne. Wie war das Secret? Ne. Wie ging das Secret nochmal? Ach so. Ne. Falsch. Tut mir leid. Warte. Ich zeige mal kurz ein Secret. Nicht so. Mach das nicht so wie ich. Das ist falsch. Was hältst du von Pokémon Sonne und Mond? Ich finde es ganz cool. Ich glaube, ich kaufe es mir. Also sobald es rauskommt natürlich. Ich meine, ich bin jetzt nicht wirklich ein riesiger Pokémon-Fan, weil... Ich habe... Ne. Wirklich. Mein einziges Pokémon-Spiel ist Pokémon Y. Ich habe sonst davor noch nie ein Pokémon-Spiel gespielt. Könnten wir jetzt sagen, es ist eine Bildungslücke. Aber hey, ich bin mit Nintendo 64 und Super Mario 64 aufgewachsen. Und das war eine sehr schöne Kindheit. Auch wenn ich nur ein Kind bin, aber ihr wisst ja die Männer. Okay. Das ist allein... Ähm. Take it. You're caring too much. You're not ready for the responsibility. Ja, das ist so ein... kleines Secret, was relativ unnötig ist, aber es ist witzig. Okay. Hast du mal zu... Hast du mal zu Einbeer mal gesagt, Damn Daniel? Nein, weil ich Damn Daniel absolut verabscheue. Und das ist das größte Krebs-Meme in meinen Augen. Tut mir leid, was du es witzig findest, aber... Oh mein Gott, scheiße. Ich habe sie auch noch. By the way. Jedenfalls, ich hasse Damn Daniel einfach so sehr. Also, ich meine jetzt nicht den Typen, aber generell den ganzen Hype davon und das Meme an sich, weil es einfach so stumpf ist und so unlustig. In meinen Augen. Ich meine, es ist okay, wenn du es witzig findest. Humor ist sehr objektiv, aber trotzdem... Ja, ne, ist so objektiv. Er ist... Ne, ich bin gerade behindert, tut mir leid. Wie gesagt, ich bin... Äh... Gerade etwas neben der Spur. Weil ich mich versuche, auf den Chat und auf das Spiel und auf die Beantwortung eurer Fragen zu konzentrieren. Okay, Woshoa. Äh... Clean. Okay. Oh, fuck. Ah, ah. Oh. Ich habe nicht auf meine HP geachtet. Das war ein Problem. Ich hatte mich davor heimzuhn. Und was? Oh, he needs some milk. Ja, ist ganz okay. Ja, erster Tod. Und das war ein mega leichten Gegner. Ihr dürft mich jetzt gerne schlagen. Ich verdiene es. Ah. Clean. Ja, Entschuldigung. Ich habe nicht auf meine HP geachtet. Ich schäbe mich. Okay. Aber dafür schaffe ich hoffentlich Andeinen beim ersten Mal. Also bis jetzt habe ich es eigentlich immer beim ersten Mal geschafft. Also bei meinen letzten... Paar Runs. Oh, mein Gott. Okay. Flüchten will mich nicht. Okay. Flüchten funktioniert irgendwie mega selten bei Aaron, aber trotzdem. Wenn das... Fick dich. Das lag nicht an Andeinen. Führt jemand eine Strichliste. Halt dein Maul. Komm. Mein letzter Run verlief gut. Also wird der auch gut verlaufen, ne? Das war jetzt... Pech. Und Dummheit. Sehr viel Dummheit. Und Jesus. Was Jesus damit zu tun hat, ich weiß es nicht. Und übrigens, Hendrik, ich würde gar nichts sagen, wie du dich bei Andeinen angestellt hast. Also... Du hast dich extrem behindert angestellt. Also... Würde ich lieber still sein, mein Freund. So... Äh, gefickt. So. Pssst. Wir müssen ihn ablenken, damit er nicht auf seine... Fick dich. Ich weiß, dass meine HP Low sind, aber wenn ich das jetzt nicht... Soll ich das Risiko... Ja, ich geh... Komm, ich geh das Risiko... So dumm kann kein Mensch sein. Oder auch er kann so dumm sein. Aber ich hab's geschafft. Okay. Ein Wunder. Huh. Wow. Oh, linkt ab. Jesus steuert dich. Deswegen hat das was mit Jesus zu tun. Ja, auf jeden Fall. Ich hab wieder... Ich hab wieder so eine nette Zuschauerschaft bei mir. Fast wie bei meinem letzten Stream. Obwohl, ne. Ne, so nett wird. Fuck, ich hab wenig HP. Schnell heilen, weil man dort leicht gehittert wird. Huh. Ah. Hm. Das war ein bisschen dumm, aber ist egal. Aber jetzt hab ich dafür volllaid Spiele. Ne, ich lass mich nicht von dem Chat ablenken. Ah. Oh mein. Fuck, fuck, fuck. Ich hab mich grad ablenken lassen. War nicht gut. Ich hasse euch. Ich hasse euch wirklich. Oh. Ey, komm. Wenn das jetzt... Ne. Ich hasse euchs grad so dermaßen. Ne. Fickt euch alle. Oh mein Gott. Ihr seid solche Sadisten, ne. Ha. So. Hast du auch wieder recht, aber das war nicht so schlimm wie im Chor mit Final Frogget, Astigasm und Wimps oder... Ja. Ich weiß nicht, dass jemand wirklich so dumm ist. Ich hab Brüste geschrieben. Ja. Fail. Schäm dich. Yo, did you see that Undyne just... Okay, das ist beide... Ich hätte das vielleicht erklären sollen, aber das ist das Monster Kid. Und das ist ein Fan von Andayen und ist aus irgendeinem Grund so behindert und checkt nicht, dass wir ein Mensch sind. Und Andayen tötet Menschen. Und ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will, ne. Okay, hier ist der Nice-Cream-Typ. Okay, Schäme. Ja, gut so. Und der Mutter wäre enttäuscht von dir. Okay, jetzt rufen wir uns hier nochmal Papyrus an. Tschüss. Ab in die Opfer-Ecke. Okay. Wir sind bei einer Stunde. Ich bin in Relative Fight dafür. Muss ich mal kurz anmerken. Na gut, ich hab das Spiel auch schon ein paar Mal gespielt. So, jetzt treffen wir auf Onion-San. Ein sehr Kawai-Sugoi-Charakter. Uuuuuh, Kawaii. Hey, der... Hey, der... Noticed, du warst hier. I'm Onion-San, Onion-San, you're here. Ich werde jetzt euch mit der Stimme nerven, nachdem ihr mich auch immer so mobbt. Oh, isn't it wonderful, huh? It's great here, huh? You love it, huh? Entschuldigung. Yeah, me too. It's my big favorite. Even though the water's getting so shallow here, I have to sit down all the time, but... Hey, that's okay. It beats moving to the city. And then living in an underground, like all my friends did. And they're craving for anything, so even if I wanted to, I... It's okay, you know? They're here and it's gonna fix everything, you're here. I'm gonna get out of here and live in the ocean, you're here. Hey, there, that's the end of this room. I'll see you around, have a good time. I'm... 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 So, es kommt davon, wenn ihr mich immer so mobbt. Ey, ja, meine Akroi. Und nein, mein Stimmbruch ist wirklich noch nicht so schlimm. Ich bin... Ich bin 13, weshalb wartet ihr? Achso, ne, nicht Spare. Oh. Okay, gut. Was glaubst du, dass er noch nicht so... Fick dich. Okay, das ist ein leichter Gegner. Irgendwie komme sogar ich hin. Okay, hier oben ist jetzt ein kleines Secret. Ähm, und ich habe mir sogar noch von meinem letzten Run aufgeschrieben, was ich machen muss. Hier auf einer benutzten Steam Gutscheinkarte. Ähm, play it. Okay. Sei mal netter zu mir, Amk. Nee! Du bist auch immer so asozial zu mir. Sicher nicht. Okay, und hier ist ein Artefakt. Aber... Oh nein! Wir haben zu viele neuen Dogs in unserem Inventar. Und jetzt kommt er... Und mobbt uns. The Dog absorbs the... The Artefakt. Und jetzt haben wir Dog Residue. Damit könnten wir theoretisch zu... ...zu Tammy Village und ihn damit College kaufen und uns die Tammy Armor holen. Aber es dauert mir zu lange. Da habe ich keine Lust. Okay. 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 Und hier ist jetzt das Monster Kill. Das würde dann jetzt verfolgen und darüber reden. Ey, Anleine ist so cool, Amenakoi. Die würde jeden Menschen treten, Amenakoi. Ja, und ich bin Mensch. Wer es noch nicht weiß. Ja. Komm, ich habe gerade erzählt, was du sagst, ne? Also musste ich nochmal sagen. Boom, 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 boom. Ja, komm. Ist gut. Beruhig dich. Niemanden interessiert es. Wirklich niemanden. Das ist ein schöner Screen. Ich liebe diesen Screen hier. Der ist so schön. Er ist wirklich richtig cool. Ist ja nicht schön. Komm, bestaunt ihn ein bisschen. Okay, genug bestaunt. Ich finde den Screen aber echt cool. Okay. Jetzt packen wir den Umbrella zurück. Und jetzt. Jo, Amkr. Okay, jetzt gehen wir auf seine Schultern. Oder auf ihre Schultern. Ist das Monster Kid ein Junge oder Mädchen? Einmal. So, wichtige Unterbrechung. Monster Kid Gender. Ich will das jetzt wissen. Wahrscheinlich kommt dann so eine Scheiße wie Oh, Non-Binary. Oh, ich orientiere mich nicht an irgendeinem Geschlecht. Okay, tschuldigung. Tut mir leid. Hin und wieder kann ich mir so ein Arschloch sein. Äh, darf mal. Nö. Es ist ein Junge. Okay. Gut. Dankeschön. Ich war mir nicht wirklich sicher. Okay. So. Es. Ja, es ist ein Junge. So, jetzt ähm. Kommt jetzt nochmal hier an dein. Dann haben wir noch den Mad-Dummy-Boss-Fight. Und dann sind wir eigentlich schon bei Undyne. Na, wollte ich mich wieder ablenken? Hm? Aber ich... Fuck. Es ist ein Mädchen? Ich weiß es nicht. Ach, fuck. Scheiße. Ich bin nicht richtig. Ich bin nicht richtig. Nein. Ich brauche die... Du hast Napster-Bloog vergessen. Ne? Ja, ich gehe da schon zu ihm. Chill. Äh. Er kommt schon noch. Napster-Bloog. Ja, Napster-Bloog ist auch cool. Fuck. Ich lass mich ablenken. Ich mach ihn mit ablenken. Ich mach ihn mit ablenken. Ich geh schon noch zu ihm. Keine Sorge. Ich weiß, dass ihr alle Napster-Bloog gebt. Ne, warte. Ne. Du hast Napster... Ne, ich kann ihn noch... Hä? Das laberst du. Ich kann ihn noch gar nicht vergessen haben. Wir treffen ja erst auf ihn nach dem Mad-Dummy-Boss-Fight. Was meinst du? Ich hab ihn vergessen. Ich hab jetzt erstmal ein bisschen überlegen müssen. ... ... ... ... Wink wink, Lenny Face. Oh, ich mag die Szene. Hmhm. Soll es, wie du hierher kamst. Oh, du hast dich untergebrochen, nicht? you are you okay here get up shin huh that's a nice name my name is only wer ist das denn na wer könnte es wohl sein hmm wen tja das bleibt wohl ein geheimnis his theme his theme is super ok so jetzt treffen wir auf mad dummy und denke nach mad dummy gehe ich mir schnell was zum trinken holen weil ich vergessen habe mir was zum trinken zu holen und trinken ist wichtig ja top 3 faff themes ok und dieser dame ist mad weil wir viele weil wir scheiße gemacht haben ja gut okay gut ist auf platz 1 gut bin stolz auf dich sonst hätte ich jetzt weg getreten aber trotzdem wäre ich dann mehr okay das prinzip ist relativ leicht wir müssen einfach diese attacken aufgelenkten und wo ist 3 ich denke 3 meinte einfach ein bisschen ist relativ klar so okay ich hatte gedacht die fallen runter aber wie scheint war das nicht so ich bin ich behindert ja bin ich müsste es nicht beantworten ich mag kein mega lovania ja ich finde es überbewertet meine schlechte ist auf gar keinen fall okay ich halte mich lieber das wort ist schwer megan ist es wirklich nicht um ehrlich zu sein nein ich habe das no man piece gegessen es tut mir leid ich habe jesus betrugen okay aber ich habe es im letzten ich habe es beim letzten mal gemacht ich kann euch sagen was passiert er sagt er ist glücklich dass man es sich behalten hat und man soll es lieber mit zur oberwelt mit hochnehmen ich habe es sicher ja ich gehe damit sicher sehr gut um ist tut mir leid aber ja ich stirb ach das kommt davon wenn du mich immer mobst ne stimmt warum mache ich das überhaupt du mobst mich immer trittst mich immer so bettel ganz der juli ist besser ja wirklich es ist einfach so ich verstehe sowieso nicht warum megalo waren die so gehackt wird meine es ist gut und ich kann verstehen warum leute es mögen aber Es ist auf jeden Fall besser als Megalovani´s. Ist jetzt halt aus am Krieg, wie konntest du nur... Oh ne! Okay, und jetzt werden diese Dummies mit Robotern ersetzt. Tut mir leid, Babygirl. Okay. Nee, das ist jetzt eigentlich relativ leicht das Prinzip. Einfach immer wieder auf ihn ablenken. Also ja, ist irgendwie immer das gleiche. Ich habe Knives. Okay, das ist der finalen Attack. Es ist der final Countdown. Scheiße, ich hatte mich heilen sollen. Das war ein Fehler. Ich... Nee, oder? Nee, oder? Oh mein Gott! Ich wusste doch, ich hatte mich heilen sollen. So, jetzt dürfen wir nicht auswachen, nachdem ich jetzt ein Arschloch war. Ich war ein Arschloch. Ich habe... Karma. Karma. Oh mein Gott! Bei Mad-Dummy gestorben. Oh mein Gott! Das ist selbst für meine Verhältnisse schlecht, ey. WTF. Da spielt man einmal für eine Woche. Undertale nicht. Und man stirbt bei so etwas. Meine Daaaang. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Woche so einen großen Einfluss auf meinen Spielstil hat. wieder verfolgen... Jaaa, komm'. Das ist gut. Es ist gut, es ist gut. Psch. Psch, Babygirl. Hiiiiiiii. Ah! Jesus. Okay. Tod 2 Ja Aber wenn ich Undine beim ersten Mal nicht schaffe, dann Bin ich wirklich enttäuscht Weil Andine eigentlich ein relativ Eigentlich der leichteste Bossfight ist in meinen Augen Also so der wirklich Große Bossfight Aber na gut Ist Meta mir eigentlich ja auch Ich muss kurz weg, kommen in 5 Minuten Okay, bis dann Hä, okay Sehe ich auch so Wäre eine Heilung nötig gewesen Ne, okay, das schaue ich auch so Äh, ich halte mich lieber Ach cool, jetzt, okay, das war das Karma Jetzt kann ich wenigstens, ähm Der Snowman Peace wieder retten Ich glaube ich weiß, warum Maddummy wie Napstablook den Napstablook guckt euch ja die ganze Zeit zu, während er kämpft Hä, ich, ich versteh, was, verstehe, ich glaube ich weiß, warum Maddummy wie Napstablook, die Napstablook guckt euch ja, was, bitte nochmal in Deutsch, Dankeschön Ey, jetzt, jetzt bin ich behindert Okay Okay, bei dem Final Attack werde ich mich dann heilen Ich will nicht nochmal sterben Äh Okay, nice Okay, gut, jetzt kommt das mit den Messern Diese Leute sind sogar besser als die anderen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Mad-Dummy klingt wie Napster-Bluck. Achso. Okay, gut, jetzt kommt Napster-Bluck und er hat den Tag. Tschüss. Und jetzt ist er ganz traurig, weil er unseren Freund verscheucht hat. Unseren Freund. Ich meine, okay, please die Baby-Boy. Nein. Okay, jetzt können wir zu Napster-Bluck. Aber davor mache ich eine kurze Pause, weil ich pissen muss und mir einen Kaffee mache. Bis gleich. Also nicht, ich mache mir nicht direkt einen Kaffee. Ich hole mir einfach nur einen Eiskaffee, weil mir das, weil das uns zu lange dauert. Egal, wir sehen uns gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aber. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Und er hat sogar das Lied ohne ihn zu fragen verkauft, was sowieso, ja, es grenzt, das heißt, es grenzt, es ist eine verfickte Frechheit. Ja, komm. Okay, gut, diesmal schaffe ich's. Und er hat gesagt, dass Daniel zu Nix was reißen hat, Otterfisch, ja, er ist ein ziemliches Arschloch, er ist ein riesiges Arschloch einfach. Ach scheiße. Äh, wir sind jetzt bald bei drei Stunden mehr. Oder falls du das damit meinst, weiß ich ja nicht. Ist Macdown impossible, ey. Morgen ist ADAC, ADAC GT Masters. Okay, interessiert mich beides nicht, ähm, tut mir leid. Ach scheiße. Okay. ARD Text im Auftrag von Funk ich mag alle anderen sportarten nicht vor allem fußball ja fußball ist auch das stimmt another one diese musik ja das wirklich gut Lüchst Units Armys with Legs like this Ja, das ist ja auch so Also ich verfuhr, wenn ich was in deinem Flüster hätte meine Arme nachkommen Ja Ja Scheiße Ah Fuck Ich mag gar keinen Sport Ja, also Sport zu praktizieren bin ich auch noch nicht so ein Fan davon Du kommst mir einfach scheiße sympathisch rüber Dankeschön, das ist nett zu hören Ja, ich glaube sehr an mich Dankeschön Eine Minute sagt, ich kann alles schaffen Ich muss nur daran glauben Determination, bitch RIP ARMS I cry every time Aber das wird ja sexy Ah Oh mein Gott Oh mein Gott Fuck Help Help Jesus Jesus, steh mir bei Okay Oh mein Gott Nice Okay Ich nehm noch einen Glam Burger rein Stopfen, ey Oh mein Gott, ich hasse diese Attacke so dermaßen, ey Okay Okay Jetzt bin, jetzt bin ich gleich bei 10.000 Alter, die mobben mich einfach komplett kaputt, ey Jesus steht Jesus steht Ja Habs geschafft Wenn du stirbst, musst du 10 mal springen Ich muss nicht springen Ich muss mich nicht bewegen Boom Yeah Another one Ne, ich mach nicht noch einen Okay Okay, gut Jetzt hab ich eigentlich schon gewonnen Another legs Warte, mein Bein bekommt ihr Ich bin sehr gelenkig Ich bin sehr gelenkig Oh Mann What do you have to say on this? Our last show Oh, jetzt ruft naps the blue can Hi, Mettaton I really like watching your show My life is pretty boring, but Seeing you on the screen Brought excitement to my life I can tell, but I can't tell, but I guess this is the last episode I'll miss you, Mettaton Oh Oh I didn't mean to talk so long Oh Oh, sexy Like the Oh, sexy music video Hashtag no homo Noch ein caller Okay, jetzt sagt jeder Hey, Mettaton was voll geil Jetzt kommt gleich mein Lieblings Jetzt kommt gleich mein Lieblings Anruf Mettaton There's a Mettaton shaped hole In my Mettaton shaped heart Hehehe Okay, und jetzt sagt er so Ey Ich bleib hier Weil Die Monster brauchen ein Star Und Meine Augen tränen irgendwie ein bisschen Weil Nach einer langen Zeit Nach Konzentration Fangen meine Augen an Wehzutun Äh Ich heule Nicht passen Okay Ja, ich werde es schaffen Amina Koi Oh ne Aber er wird nicht sterben Das ist schön Okay, gut Nice Ja Ja Mhm Gut Alter wie rot ich gerade im Gesicht bin Ist richtig heiß Ah, Matthias Hallo Yt Hallo 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 Alphys Warte mal Ich mach mal kurz ein Fenster auf Ich hoffe man hört die Geräusche von draußen nicht Aber Ne ist grad ziemlich fucking heiß Metatron 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 are you Ne ne Es sind nur die Batterien Ich mag die Musik von Undertale und von Einbär Ja Einbär hat gute Musik Ich bin Kasu Hallo Kasu Was geht? Okay gut Ähm Ich würde sagen Es tut mir leid für die Für Kasu der gerade dazu gekommen ist Aber Ich lege mal eine kurze Pause ein Für euch Ähm Weil Ich muss ein paar Sachen erledigen Ich geh schnell was essen Weil ich verfickt Hunger habe Und grad Fast am sterben Okay Und Warte mal Ich glaub ich mach mich einfach in der Zwischenzeit ein bisschen Undertale Soundtrack an Ich hoffe ich brauch nicht so lange dass der Undertale Soundtrack einfach So Hier Ab Okay Wir sehen uns gleich heute ÄH Ich hab miche Ich hab miche Ich hab miche Ich hab miche Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, gut. Stream-Thema-Vorschlag. Tobi Fox bringt Undertale 2 raus. Wünschen wir das neue Spiel mehr über Ezreal. Und was mit diesen Tapes unten im True Lab von Elphys ist. Ihr werdet eh gleich sehen, was ich damit meine. Falls ihr Undertale nicht gespielt habt. Einfach generell mehr darüber. Ich fände ein Prequel würde mehr Sinn ergeben. Und ja, ich glaube, ihr wisst eh, was ich meine. So, bevor ich mit dem Walk of Fields anfange. Hole ich mir ein paar Heal-Items. Und ohne Witz, falls Undertale 2 rauskommen würde. Ich glaube, ich würde erstmal hyperventilieren, sterben. Umfallen, wieder aufwachen, nochmal hyperventilieren, es vorbestellen, dann sterben. Und wenn es dann heraus ist, dann glücklich sein. Also, kann man irgendwie mit dir reden? Skype oder so. Ähm, klar. Also, man kann auf jeden Fall mit mir reden. Du kannst mich zum Beispiel auf Steam adden oder auch auf Skype mal mit mir reden. Für ein Weilchen. Ich habe halt nicht immer sehr viel Zeit. Aber ich versuche mit so vielen Zuschauern wie möglich zu schreiben und zu reden. Äh. Ich würde mir den, ich würde mir erst den ersten Teil kaufen. Ja, das wäre nicht schlecht. Also, falsch gegangen. Ähm, ich kaufe mir jetzt erstmal ein paar Heal-Items, wie gesagt. Geht's dem Schneemann gut? Äh, warte. Äh, hab ich's A oder? Nein, ich hab's A. Hier, den Snowman-Peace geht's gut. Ich hab kein Steam. Ähm, also, ähm, ja, dann, ähm, kann ich dir dann später, wenn du willst, gerne eine private Nachricht schreiben. Warte mal, ich folg dir. Bring dich um. Ey, das ist jetzt aber nicht nett. Warte mal, ich folg dir einfach mal auf Twitch, damit ich, ähm, mir merke, dass ich noch mit dir schreiben will. Ich auch nicht. Ich hab keinen Laptop. Oh, oh, oh. All around you are familiar faces. Worn out places. Okay, Entschuldigung. Nichts. Oh. Das heißt, du guckst das auf einer Kartoffel. Nee, du, du, du darfst das nicht auf ein Handy gucken. Hä? Warum wurde der Hunter jetzt getimeoutet? Hä, warum hast du ihn getimeoutet? Oder wer hat ihn getimeoutet? Okay. Ich geh um 22 Uhr auf, PS, mein Mikro ist scheiße. Achso, okay, ja, dann. Warte mal, wie spät ist es denn? Okay, 20 Uhr, 35. Okay, dann jetzt ab nach Snowden, dann ein paar Healitesims und dann geht's eigentlich eh schon zu Esco. Ich bin wieder da, haha. Hallo. XD, 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 raus. Okay, hallo. Na. Was kann man als Moderator alles so machen? Ähm, Leute timeouten, ich glaube bannen, bin ich mir grad nicht ganz sicher. Bin da, zweiter Account. Als ob er sich einfach einen zweiten Account schnell macht, okay. Einfach, ja, tschüss. Ähm, ich mach mir einen zweiten Account. Oh, fuck. Ich hab nicht genug Geld. Ähm... Okay, warte mal. Dann muss ich jetzt schnell, wohl oder übel, zur Temi Village und schnell das Dog Residue benutzen, damit ich mir mehrmals Cinnamon Buns kaufen kann. Den hatte ich schon. Achso, ich hätte gedacht, du stellst dir einfach so einen zweiten Account. Einfach so, hey, ich werde getrimautet erstmal einen zweiten Account machen. Ach, die Musik lauter, das ist der Hauptteil des Spieles. Warte mal. Ist die so leise? Okay. Another one. Okay. Hört man, ist das jetzt besser? Warte mal, ist das hier fast zu laut, warte. Mach sie nur ein... Kleines Stück leiser. Kannst du wieder schreiben? Wieso schreiben? Hä? Okay, gut. Anita... Anita one. Okay. Jetzt, äh... Wo war nochmal die Temi Village? Das muss ich erstmal... Oh, wo war denn die perfekte Temi Village? Warte mal. Another one. Another one. Ich hab echt kein Leben, ne? Another one. Ich trinke in der Zwischenzeit was. Oh mein Gott, Jesus. Satan wird mit mir kommunizieren. Eins plus eins. 51. Ohne überhaupt nachzudenken. Lernt man in der ersten Grundschule. 51. Ist klar. Oh hoi. Ja, wir gehen jetzt zur Temi Village. Damit ich mir... Äh, ich hoffe, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Wenn nicht, dann dürfen wir mich gerne schlagen. Ich vergesse irgendwie immer wieder, wo die Temi Village ist. Denn... Hier eine Matheaufgabe, damit man den Lehrer sagen kann, dass man was gemacht hat. Hallo... Geht weg. Kannst weggehen. Eins plus... Ey... Sag mal... WTF? Popel... Unterstrich... Oder Popel. Ist offiziell ein toller Bosch. Okay. Okay. Popel-Unterstrich. Ähm... Vielen Dank für den Follow und willkommen beim Stream. Äh... Ja, ich war schon... Ich war schon im nebster Blugs Haus. Warte mal, bin ich ja... Bin ich ja schon richtig? Warte mal... Warte mal, ne, oder? Hier bin ich nicht richtig. Bin grad zu behindert, um zu wissen, wo die Temi Village ist. Ne, ich bin ja falsch. Hendrik, ich bin gerade behindert, ich kann mir niemals merken, wo die Temi Village ist, wo ist die nochmal? Ich meine, ich weiß in welchem Raum sie war, aber ich kann mich gerade nicht entsinnen, wie ich dort nochmal hinkomme. Ja, das weiß ich, wo er ist, aber ich weiß nicht, wie ich zu dem Raum komme, das habe ich ja gesagt. Welche Spiele streamst du? Derzeit stream ich eigentlich nur Undertale, sonst stream ich selten etwas anderes. Ich bin nur wieder Minecraft, aber Minecraft spiele ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Nee, eigentlich derzeit nur Undertale. Ich streame ja auch erst seit ein paar Wochen wieder wirklich aktiv. Wie ist eigentlich dieses Another One entstanden? Ja, keine Ahnung. Also das Meme ist durch DJ Khaled entstanden, weil er so ein kleiner Meme-Boy ist. Und sonst habe ich wirklich keine Ahnung. Wie komme ich denn nochmal zum Darkening Room? Du hattest vor dem Boatman, glaube ich, rechts gemusst. Okay, warte mal. Ach übrigens, für die, die was schon etwas länger dabei sind. Bei meinem Kaffee war ja ein Keks dabei. Oh, da ist noch ein bisschen was drin, oder? Da war ein Keks dabei und ich esse den jetzt einfach, weil ich cool bin. Weil ich das darf. Könnten wir Musikwünsche vorschlagen? Ähm, bei einem anderen Spiel würde ich es akzeptieren. Nur bei Undertale ist es ein sehr musiklastiges Spiel. Und da würde ich wirklich, ähm, den Torn-Soundtrack nicht unterbrechen. Entschuldigung für diese Schmerzgeräusche, aber... Ja, ich spiele True Passive. Es steht auch im Ding im Titel. Ja, okay, hier bin ich jetzt, okay. Jetzt bin ich richtig. Na gut, stimmt. Undertale... Mein Freund, wie du gerade Undertale geschrieben hast, hast du gerade was komplett anderes gemeint. Hust. 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 Ja, dachte ich mir irgendwann auch gerade. Hahahaha. Hahahaha. Du weißt wirklich nicht, was du gerade geschrieben hast, ne? Mh, wunderschön. Ich bin raus. Okay, nach dieser Aktion würde ich auch gehen. Hahahaha. Ah, Mann. Bam, bum, bam, bum. Hahahaha. Genauso. Zu dumm irgendetwas richtig zu schreiben. Ähm, ich habe gerade so gelacht, weil, ähm, Undertale, so wie du es geschrieben hast, ist, ähm, die Bezeichnung für NSFW-Content von Undertale. Woher ich das weiß, Hust, muss nicht beantwortet werden, aber ich weiß es. Undernägel. Hä, wieso Andernägel? Wieso Andernägel? Tail heißt Schwanz. Äh. Andernägel? Äh, Undertale, so wie du es geschrieben hast, würde, äh, Unterschwanz heißen. Also, Schweif im Sinne von, äh, ihr wisst was ich meine. Aber, okay. Undertale, Musik gleich Himmel. Besser? Ja, jetzt besser. Jetzt muss ich auch nicht mehr machen. So. So, ein paar Mal mache ich es noch, bis ich genug Geld habe. Binnen einer Minute da, bye. Okay, bis dann. Okay, einmal mache ich es noch, dann habe ich, glaube ich, genug Geld. Okay. Okay, shop auf Basketball. Komm Insurance. Kiel ist wenig Geld. Ach man, das war ein schöner Fail. Sehr, sehr schön zweideutig. Sehr, sehr schön zweideutig. Ja, Kerpa. Tut ja immer besser. So, Snowden. Statt Kappa, Kerpa. Ja, ab jetzt niemals mehr Kappa nennen, sondern Kerpa. Das ist die neue Bezeichnung. Irgendwie klingt das ein bisschen wie so eine Krankheit. Kerpa. Sie sind Kerpa-positiv. Okay, Entschuldigung. Oder Kippa. Ja, 10.000 verschiedene Variationen. Oder Kippe. Oder Jesus. Wie wär's mit Jesus? Ich bin für Jesus. Jesus. Wir sind... Red... Red... Redschribe... Wir sind Redschribe-Profis. Das ist jetzt mein neues Motto. Wir sind Redschribe-Profis. Klingt irgendwie wie eine andere Sprache. You're carrying too much. Okay. Ähm... Sonst Timeout wegen doppelten Accounts. Geile Kopfhörer übrigens. Sehr, sehr geil. Um nicht zu sagen, super geil. Dankeschön. Die sind auch gut. Razor cracken. Ähm. So. Ähm... Jetzt hab ich alles voll mit... Ach nee. Ich bekomm ja... Ich hätte ja gar nicht mehr so viele gebraucht. Und ich brauch eh... Zwei, ähm... Item-Slots frei für Hardlocket und Warndagger. Jesus ist bei dir. Ich weiß. Jesus. Ach. Peace. Peace. So. Jetzt sind wir bereit für Escora. Ich hoffe, dass ich Escora halbwegs gut hinbekomme. Wünscht mir Glück. Jesus ist bei mir. Ich habe auch Razor Cracken in Neongrün. Und das ist cool. Razor Cracken sind auch wirklich gute Kopfhörer, vor allem für Preis. Ich habe sie auch in schwarz. Ja, wir haben genau die gleichen. Oder haben wir genau die... Genau die gleichen oder hast du irgendwie eine neuere oder eine andere Variation davon? Ich meine, es gibt ja verschiedene. So. Haben wir die passende Tastatur dazu? Wollen wir tauschen und ich behalte die Tastatur? Ich würde... Nee, wenn, dann würde ich die Tastatur haben. Weil... Oh, ich will so gerne eine Razor Black Cracken haben. Ich habe... Ich muss mal kurz sagen... Ich... Ich hasse die Rocket X-12X, die ich derzeit habe. Ist wirklich keine gute Tastatur. Also... Natürlich ist es jetzt nicht schlecht, aber... Äh... Ich bin wirklich nicht komplett zufrieden damit. Vor allem nicht für den Preis. Ich meine... Für den Preis gibt es so einiges besseres. Also... Kauft euch mittlerweile was anderes. Oh, Chroma. Oh, ich will auch... Oh, die Chroma. Tschüss in my pants. Jedes Mal, wenn ich die sehe. Habe ich gemacht. Bin nur bei einem Account jetzt da. Okay, gut. Das ist schön. Denn zwei Accounts sind dann noch ein bisschen scheiße. Okay, dann... Zeit für Escort. Ich hoffe, dass wir den halbwegs gut geschissen bekommen. Wünsche mir Glück. Ach genau, jetzt kommt ja noch der Walk of Feast. Den werde ich vorlesen. Der ist sehr emotional. It really is. It's going to be great movie. Wow. I'm going to see it. Okay. Übrigens, falls ich beim Ende emotional werde, was gut sein kann, weil das Ende für mich sehr traurig ist, dann lacht mich nicht aus, okay? Das ist sehr traurig. Ich... beim letzten Film habe ich es geschafft. Aber trotzdem. Dein Lieblingsspiel in der Kindheit. Dein Lieblingsspiel in der Kindheit. Super Mario 64. Ganz klar. Oh, und die Musik beginnt. Die Feels... Die Feels schlagen mich jetzt schon ins Gesicht, ey. Viel Glück, Babyboy. Dankeschön. How, how. Good luck, Matthias. Ey, jetzt seid ihr mal nett, ey. Bei den Walk of Feels seid ihr nett zu mir, ey. Macht mich ja gleich noch trauriger. Ah, warte mal. Äh, scheiße. Ähm, warte mal. Ne, was mache ich denn? Ne, 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 ne. Ich habe gerade einen kleinen Fehler gemacht, tut mir leid. Ich brauche zwei Item Slots dafür. Das gleiche, Super Mario 64. For the win. Oh, ja. Oh, ich liebe die Musik so sehr, ne. Oh, allein die Musik reicht, um mich richtig emotional zu machen, ey. Äh, so ein paar Mal. Okay. So, okay. Schön sortieren. Jetzt beim Bossfight wie letztes Mal. Okay. So, jetzt beginnt's. A long time ago, a human fell into the ruins. Injured by its fault, a human called out for help. Pass auf, wenn ich die Aussicht aus deinem Fenster in mein... Pass auf, wenn ich die Aussicht aus deinem Fenster in mein Fenster bekomme, kriegst du meine Tastatur deal. Matthias, du schaffst das. Er wird es nicht schaffen, oder? Da. Danke. Danke, Hendrik. Du musst, du mutilierst mich. Ich bin stolz auf dich. Warte mal. Jetzt muss ich mal noch mal ganz kurz mit meiner tollen Aussicht pushen, ey. Da sind Berge, aber die sieht man fast gar nicht. Aber, ja, ich hab eine tolle Aussicht. Ah, fuck. Haha. Haha, haha, ich mag meine Aussicht, die ist cool. So. Okay, Leute. Die Feels schlagen mich schon richtig hart in den Bauch. Okay. It's Asker's Journal. Hier bist du, was ich mein Name. All the current pages say, all the current page says is nice day today. Okay. Denk ist still almost wet. Oh. Okay. It's a trophy. Number one nose nozzle champs 89. Nun weiß ich, wo du wohnst. Mit Adresse. Okay. OMG, die Aussicht. Ich wäre gerade fast abgespritzt. Okay. Der Robes, Button-up, Shirts. Wieder da. Hallo, du bist genau richtig bei den Feels. Okay. Ah, ich sehe gerade, dass mein Kaffee in die Schokolade gefallen ist. Okay. Asriel, the king's son, heard the human's call. Brought the human back to the castle. Overtime, Asriel and the human became like siblings. The king and queen treated the human child as their own. Warte mal. Äh, the underground was full of hope. So. Diese Musik ist toll. Ja, ist sie. Sie ist einfach... Haa, wunderschön. Noch kurz ein bisschen... Ruhe. Alles klar. Äh. Muss ich gerade... Entschuldigung. Ich stelle gerade ein bisschen was bei der... Okay. Entschuldigung. Aber mich hat das gerade mega gestört. Okay. Äh, ja bitte. So. Okay. Äh, geht das so? Okay, ja. So. Jetzt stört es mich nicht mehr so sehr. Okay. You took the key and put it on your phone's keychain. Ey, allein die Musik reicht schon, um mich emotional zu machen. Ey, es ist wirklich... Es ist wirklich faszinierend, was das Spiel eigentlich so mit einem macht. Also, Undertale ist einfach wirklich ein Meisterwerk. Ich habe keinen Tränen, das sind nur Determination. The next day, the next day, the human died. Ezreal, wrecked with grief, absorbed the human soul. He transformed into a being with incredible power. Ne, das ist noch nicht das Ende. Das Ende wird noch ein bisschen dauern, mein Freund. With the human soul, Ezreal crossed through the barrier. He carried the human body into the sunset. Back to the village of the humans. Fun fact, das Haus in den Ruins ist ein Nachbau, das ist ein neues Haus. A.K.A. das alte Haus von Torian und Eskor. Ezreal reached the center of the village. There, he found a bed of golden flowers. He carried the human onto it. Er ist verfickter, ob ich. Suddenly, screams rang out. The villagers saw Ezreal holding the human body. They thought that he had killed the child. The humans untagged him with everything they had. He was struck with blow after blow. Ezreal had the power to destroy them all. But, Ezreal did not fight back. Clutching the human, Ezreal smiled and walked away. Wounded, Ezreal stumbled home. We entered the castle and collapsed. This dust spread across the garden. Achtung Spoiler. Ich freue mich auf den Fight vs. E-Wall auch. The kingdom fell into despair. The king and queen had lost two children in one night. The humans had once again taken everything from us. Ich kann schon gar nicht mehr lesen, ey. The king decided it was time to end our suffering. Every human who falls down here must die. With enough souls, we can shatter the barrier forever. King Asger will let us go. King Asger will give us hope. King Asger will save us all. King Asger will save us all. King Asger will save us all. It's also weird when there's no music anymore. You're going to be free. Okay, so, tschuldigung, so, you finally made it. The end of your journey is at hand. In a few moments you will meet the king. Together you will determine the future of this world. That's then. Now you will be judged. You will be judged for your every action. You will be judged for every EXP you've earned. What's EXP? It's an acronym. It stands for execution points. A way of quantifying the pain you have inflicted on others. When you kill someone, your EXP increases. When you have enough EXP, your love increases. Love, too, is an acronym. It stands for level of violence. A way of measuring someone's capacity to hurt. The more you kill, the easier it becomes to distance yourself. The more you distance yourself, the less you will be hurt. The more easily you can bring yourself to hurt others. But you, you never gained any love. Because that doesn't mean you're completely innocent or naive. Just that you kept a certain tenderness in your heart. No matter the struggles or hardships you faced. You strived to do the right thing. You refused to hurt anyone. Even when you ran away, you did it with a smile. You never gained love, but you gained love. Does that make sense? Maybe not. Now, you're about to face the greatest challenge of your entire journey. Your actions here will determine the fate of the entire world. If you refuse to fight, Eskor will take your soul and destroy humanity. But if you kill Eskor and go home, monsters will remain trapped underground. What will you do? Well, if I were you, I would have thrown it in the towel by now. But you didn't get this far by giving up, did you? That's right. You have something called determination. So as long as you hold on, so as long as you do what's in your heart, I believe you can do the right thing. Alright. We're all counting on you, kid. Good luck. Okay, mir ist gerade eingefallen, dass ich vergessen habe, mich mit Andain zu befreunden. Und das mache ich jetzt noch. Tut mir leid. Das ist jetzt wahrscheinlich mega unpassend, dass ich das jetzt noch machen muss. Und zerstört das wahrscheinlich gerade ein bisschen. Aber tut mir leid, ich brauche das für ein True Pacifist Run. Ich vergesse auch nicht, ich vergesse immer mich mit Andain zu befreunden. Immer wieder. Ja, ich weiß. So, aber mit Andain befreunden ist witzig. Dann sind wir wieder ein bisschen glücklicher, nachdem wir jetzt alle ein bisschen traurig wurden. Also nicht weiter, also Fels. Oder warte mal. Hendrik, könnte ich mich mit Andain noch befreunden? Nachdem ich die Neutral Route gespielt habe, nicht, oder? Nee, nee, das geht glaube ich gar nicht, nee. Ja, das passiert, wenn man etwas vergisst. Wenn man sehr vergisslich ist, wie ich. Vergesslich, nicht vergisslich, habe ich gerade vergisslich gesagt? Nach Esco nicht, okay. Ich weiß, das weiß ich. Dann sagt sie so, machst du mich an? Hm, hm, hm. Okay. Dann müssen wir jetzt nach Waterfall. Weil dann wird der Dialog nicht getriggert, dass man den Brief abholen soll. Ja, eben. Das dachte ich mir eben auch. Dann geht das ja nicht. So, ich trinke jetzt noch schnell einen Schluck. Und wir erholen uns jetzt von diesen emotionalen Achterbahn. Ich werde jetzt wahrscheinlich das meiste überspringen. Aber ja, denn ich will jetzt einfach mich mit Esco, ähm, treffen. Äh, ich will jetzt einfach Esco bekämpfen. Hast du schon mal ein Bilou gegessen? Nee, aber ich habe neulich bei uns Bilou im Laden gesehen. Leider habe ich gerade da kein Geld mitgekommen, äh, mitgehabt. Deshalb habe ich es mir nicht kaufen konnte. Und ich bin auch irgendwie froh, weil ich weiß, dass ich es niemals benutzen würde. Bis auch einmal vielleicht für ein Video. Und es wäre sehr peinlich, wenn ich mir einfach so 10.000 Flaschen Bilou kaufen würde. Weil, was denken sich die? Könnte einfach sagen, ich habe ne kleine Schwester. Aber, ja, gut. Okay. Ah, komm, lass mich jetzt doch rüberspringen, ey. Okay, und jetzt? Ich will dich. Are you hitting on me? Ja. Okay, wir können nur den Tee nehmen. Nur ein Team. Nur den Tee nehmen. Äh. Nehmen. Matthias, in Pipa gibt es Bilou. Ja, den gibt es auch bei Rossmann. Also, wir haben, oder haben. Ja doch, wir haben einen Pipa bei uns. Aber der Rossmann. Nee. Rossmann ist sogar weiter entfernt. Ach, keine Ahnung. Okay, danke für den Tee. Dankeschön, Daddy und dein. Ne, nicht Daddy. Mami und dein. Ah. 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 Ihr Österreicher. Ah. Jetzt komm. Ja. Ich kenne den Dialog schon. Ich will nur Escort bekämpfen. Was habt ihr Rossmann in Österreich? Ich dachte, ihr kauft alles auf dem Stadtmarkt. Ey. 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 Wir machen übrigens Spaghetti, ne? Auch wenn es nicht so aussieht. Also, äh. Right. In der Schweiz ist das so. Alles triggert. Otter. And another one. Bam, bada, bam, 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 bam. Wunderschön. Wait. That's two. Tot. And another one. Okay, wir werden alle sterben. Das war's von Undertale, ne? Okay, ich mach's. Okay, gut. Ist jetzt relativ easy, was ich machen muss eigentlich. Take Attack. Ja, jetzt hat sie so Mitleid mit uns. Weil wir nur einen Schaden machen, weil wir eine kleine Pussy sind. Und ja. Fertig. Das war's. Jetzt können wir zu Escort. Another one. Komm schon. Okay, gut. Jetzt können wir zu Escort. Gut. So, nach dieser kleinen Unterbrechung. Huch, falsch. Nach dieser kleinen Unterbrechung geht's jetzt weiter. Und ich freu mich schon auf Escort. Klingt komisch, aber ich mag die ganzen Bossfights. Ich hoffe, dass ich es... Ne, beim ersten... Ich weiß nicht, ob ich es first try schaffe. Wär ganz cool. Wahrscheinlich nicht, aber ich versuch's. And another one. Ja, ja, alle mit euren another one, ey. And another another one. Achso, okay. Also, ob du irgendwas ver... Fick dich. Ich meine, ich hab Muffet first try geschafft. Äh. Ich hab an dein first geschafft. Äh. Ich glaub daran, dass du das first try schaffst. Das ist sehr nett von dir, Hendrik. Du hattest ja mal another one-intro. Stimmt. Sogar zwei. Matthias, du kämpfst... Du kämpfst du gar nicht mit Escort. Hä? Ja, ich weiß noch. Kämpfe ich auch noch nicht. Aber jetzt gleich. Du kämpfst du gar nicht mit... Hä? Ich versteh grad... Warte mal. Ich versteh grad den Satz. Ich weiß nicht, dass ich mir das nicht helfe. Huch. Achso, stimmt. Man kann in die... Oh, das ist so nervig, dass man den einfach nicht benutzen kann. Boom, boom, boom. Zeit für Escort. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Digga, willst du mich saugen? Ja. Vielen Glück. Dankeschön, Babygirl. Sehr lieb von dir. Es ist Zeit für ein Duell. Ich hab jetzt schon Spaß. Oh Mann. Ich weiß eh, dass ich wieder verzweifeln werde. Wie geht's dir und deinen toten Sohn? Ah, Entschuldigung. Oh Mann. Oh, ist jemand da? Just a moment. I've almost finished watering these flowers. Here we are. Here we are. Hey, wie ich das gerade behindert gesagt habe. Howdy. How can I? Amk so böse. Kennst du Tanzverbot? Ja. Er schafft es. Go. Er schafft es nicht im First Try. Das meine ich. Wie konntest du nur? Oh. Ich werde aber gegen Asgore kämpfen. Das ist jetzt erstmal die Einleitung. Nein, jetzt hab ich seinen Text übersprungen. You know how it is. Totensohn. Nice day today, huh? Birds are singing. Flowers are blooming. On days like these, kids like you should be burning in hell. Okay, Entschuldigung. Jetzt weiß ich wieder was anderes. Haha, XD. Ich habe ein Undertale. Okay. Tanzverbot ist intelligent. Schon ziemlich. Ja, ich dachte mir auch gerade so. Was? Hä? Ja, ich weiß was wir tun müssen. Wir müssen... Bittelnamt. Ich hole mein Beyblade raus. Ey, und fick dich. Dich und deine geschiedene Frau. Haha. Warum bin ich so gemein zu Esco? Ich mag ihn eigentlich. Okay, äh. Items. Wünsch mir Glück. Ich habe Angst. Los geht's. Jetzt kommt gleich eine sehr gute Musik. Ready? Yes. Beyblade X DDD DDDDD Good luck. Danke. A strange light fills the room. Twilight is shining through the barrier. It seems your journey is finally over. Du kannst es schaffen. Good luck. Beyblade X Beyblade X Let it rip. Okay. You're filled with determination. Zähle mal alle deine ganzen aktiven Zuschauer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs. Nee, die machen... Beyblade. Okay. Nöhnlich. Ahh. Wow. Okay. Jesus. Fuck. Ah. Bin ich gerade behindert. Oh nein. Ich habe ja wenig HP. Aah. Ich werde sterben. Jesus. Jesus, Jesus, steh mir bei. Ich hasse diese Attacke. Ich schaffe die nie. Oh. Zeit für das erste Healite. Whoopty-fucking-doo. Okay. Jesus, steh mir bei. Ah! Ja, genau. Okay, das war jetzt gemein. Das habe ich nämlich nicht gesehen, Jesus. Was ist los? Hä? Falls du verwirrt bist, dass ich ihn angreife, man muss ihn angreifen. Das gehört zum Pacifist-Gun. Wieso kämpfst du im Pacifist? Das gehört dazu. Seht ihr, das ist ein Matthias. Er hofft, dass er ihn first try schafft, aber er wird es nicht schaffen. Kappa. Ich habe euch alle so sehr lieb, ey. Ich kann meine Liebe gar nicht ausdrücken. Das ist die Strategie von dem Kampf. Du musst ihn bekämpfen. Keine Sorge, du wirst es dann schon sehen, falls ich ihn jemals schaffe. Kommt, komm. Cha- primera. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Jesus. Ich check gerade nichts mehr. Du wirst es dann schon sehen, falls ich den Kampf schaffe. Oh Scheiße Oh mein Gott, diese Kack Mist, die Attacke Jesus ist bei dir Jesus, meine Freunde Jesus, meine Jünger Jesus ist bei dir heil Er schafft ihn, also er macht sich gut Es geht, ehrlich gesagt Ich hätte es mir um einige schlimmer vorgestellt Oh mein Gott Scheiße Oh mein Gott Gut, dass ich ein Reel-Item angewendet habe Ah Scheiße Ah fuck, will ich HP Jesus Jesus steht mir bei Fuck Jesus Jesus Allah Ah Ah Oh Dankeschön Du machst gut, diese gut Er wäre gut A ten point It's going to be great movie Wow Aber ich komme Aber ich komme dem Ende gerade ziemlich nah Nur mal ein paar Hits Jesus lan Jesus Oh mein Gott Ich bin gerade sehr sehr nahe Ich glaube, ich kann das sogar echt noch schaffen Ich habe mich noch nie so gut bei dem Escort Fight geschlagen Okay, ich glaube noch einmal muss ich angreifen, dann habe ich es geschafft Jesus Bitch First try Oh Oh, you like the DS? Deal with it First try First try Look at my DS Das hat jetzt ein Dab verdient Das hat jetzt ein Dab verdient Ein Dab Ich kann nicht daben und das ist mir scheißegal Danke, Jesus hast du gewonnen Danke, Jesus, du hast gewonnen Danke, Jesus Peace First try, ich bin stolz auf dich Meine einzige Erklärung ist einfach Jesus Ich habe mich noch nie so gut in dem Escort Fight geschlagen, muss ich mal kurz sagen Okay, so that is how it is I remember the day after my son died The entire underground, was die voide, was die Of hope The future had once again been taken from us by the humans Du bist ja doch zu was gut Dankeschön Auch wenn das sehr asozial formuliert war, ich nehme es mal als Kompliment The future had once again been taken from us by the humans In the fit of anger, I declared war I said that I would destroy any human that came here Und ich hab dich gefickt, bitch Ich nehme alles zurück, auch die Wetten Gestorben Gestorbener Sohn Ich hab dich gefickt, dich und deinen gestorbenen Sohn Verstorbener Sohn Ich würde ihre Sohle benutzen, um Gottlich zu werden Und uns von dieser terriblen Prison Dein Sohn ist tot Haha Psch, der Sohn ist Ezreal, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt Stärkbar Hehehe Hehehe I would destroy your, ähm, humanity Ich weiß nicht, warum ich darüber Witze mache Ezreal ist mein Lieblings-Hakt, ja also Ja gut I let monsters rule the surface in peace Soon the people's hopes returned My wife, however, became disgusted with my actions She left this place, never to be seen again Truthfully Ich denke, immer hinter mir ist jemand Ich weiß auch nicht, warum Ich bin viel zu fucking paranoid I do not want power I do not want to hurt anyone Spoiler-Alarm Hoho Hey, wusstet ihr das nicht? Das wurde sogar erklärt What the fuck? Hehehe I just want Das wurde sogar erklärt Hey, du Afghaner Das sagt man nicht, ne? Das tut man wirklich nicht But I cannot take this any longer I just want to see my wife I just want to see my child Please, young one This war has gone long enough Stimmt doch Siehst du den nackten Mann hinter dir, oder nicht? Kein Okay Take my soul and leave this cursed place Okay, töten wir, ne? Ne, Spaß mit Okay, tschuldigung After everything I've done to hurt you You would rather stay down here and suffer Than live happily on the surface Human I promise you For as long as you remain here My wife and I will take care of you As best as we can We can sit in the living room Telling stories Eating butterscotch pie We could be like Like a family Und jetzt kommt Flowey und fickt alles Cancerishin hat 69 Abonnenten Nice Na? Wer war das wohl, ne? Flowey, die bitch Und jetzt kommt gleich der Plotfest Obwohl, ne, ne, noch nicht jetzt Aber gleich Wenn du jetzt gerade aus Versehen auf Feike gegangen wärst Und Enter gedrückt hattest, ne? You haven't learned a thing In this world It's kill or be killed Nein, Flowey Das war meine Reaktion Wirklich, das war meine Reaktion beim ersten Mal Ja, Unterspiel wurde geschlossen Das war's von Undertale Ne, Spaß, okay, tschuldigung Ne, keine Sorge, es geht schon noch weiter Jetzt beginnt erst der spaßige Part Oh, ne, was ist denn das, ey? Das ist aber nicht das normale Spiel Ich check das nicht Wieso ist nicht Ezreal da? Hä, ich check nichts Na? Ich glaub, ich war beim ersten Mal so verfickt Ähm Verwirrt Mal sehen, ob du wieder 13 Mal verkackst Oh, ne, das ist 20 Mal Danke Boi, ich bin empty for so long It feels great to have a soul inside me again Hm, I can feel them wriggling Ich bin so paranoid, ey Well, that's just perfect After all, I only have 6 souls Diese Blume wird mich in meinen Träumen verfolgen Glaub mir, du wirst gleich Du wirst später sehr überrascht sein Wo ist Ezreal und sein Hyper-Tod? Wie gesagt, ihr werdet sehr überrascht sein I still, I still need more Need more One more Jesus Before I become God And then With my newfound powers Monsters Humans Everyone I show them all the real meaning of this world Oh, and forget about escaping to your old safe file It's gone forever But don't worry Your old friend, Flowey Has worked out a replacement for you I'll save over your own death So you can watch it So you can watch me terry to bloody pieces Over and over And over What? Do you really think you can stop me? You really are an idiot Was hast du zu mir gesagt? Bitch Jetzt fick ich dich an, mein Arkeul Jetzt hat sie mich getriggert Ich gehe jetzt Mich auf Tumblr beschweren Und dann Ja Jetzt kommt Ja, ihr werdet es gleich sehen Amk, Flory Na Wie war das mit den Albträumen? Ich denke, das wird dich sehr glücklich stimmen Ich werde wahrscheinlich jetzt eh gleich sterben Ah, Jesus Fuck Fuck, 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 fuck Fuck Oh Gott, ist irgendwas tot Ja Oh mein Gott Ich überlebe niemals die erste Aus irgendeinem Grund Schaffe ich niemals die erste Attacke Oh, jetzt fickt der Gangster Matthias This is all just a bad dream And you're never waking up Und jetzt wird mein Spiel wieder geschlossen Das ist das nervige Ich weiß auch Ja, eins Ich weiß auch Ich sterbe irgendwie Immer beim ersten Mal Das ist irgendwie immer so Keine Ahnung So eine Tradition bei mir in der Familie Okay Vielleicht nochmal Hihihi Ja, ja Ich weiß Das ist irgendwie so Ja, das ist irgendwie so Ein bisschen zweit hört sich das mit dem ersten Mal, Mate. Ach, kleiner Schlawiner, du. Komm her! Ah! You called for help. Yay! Jetzt werden wir wieder geheilt. Wir sind schon noch. Wir sind nicht in der Zwischen Zeit. Wir sind nicht hier. Wir sind nicht der Zwischenzeit. Wir sind ein bisschen. Wir sind nicht zu her, der wir going! Ah, bleibt hier. Ah, scheiße. Natürlich, jetzt habe ich wieder zu wenig Hilfe. Aber das muss ich nicht mehr schaffen. Dann, oh Gott, wenn du zum zweiten, nee, ich glaube nicht mehr beim zweiten Versuch schocken. Achso, okay. Gut, jetzt kommt ihr schon das nächste jetzt. Also schön, also die nächste Seele meine ich. Was ist das hier? Hm. Scheiße, diese Mistzieher. Okay, die nächste Seele, nice. Okay, es geht schon mal ganz gut. Hälfte geschafft. Ne, ich glaub schon mehr ist die Hälfte, oder? Ich weiß es nicht. Ah, fuck. Bringt mich um. Wieso soll ich dich umbringen? Okay. Okay, viel fake, aber ich gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Äääääääääh! Ach, das ist eh schon das letzte. Okay, gut, jetzt habe ich es eigentlich schon so gut wie geschafft. Jetzt kommt noch eine Stelle, wo ich schon öfters gestorben bin, aber ich denke, ne, ich glaube, die schaffe ich jetzt. Wenn nicht, dann werde ich schon ein bisschen schreuse. Und das Ei driftet weg. Tschüss, Ei. So, ich hoffe, ich schaffe es jetzt. Denn bei dieser Stelle tendiere ich oft zum Sterben. Ich weiß auch nicht warum, weil das eigentlich die leichteste Stelle ist. Oh, Jesus. Oh, Obst und Dreams intensifies. Ah, fuck, ich habe zu dir, dass ich so den muss. Do it. Ich versuche gerade... Ah, warte, ich lese dann den Chat vor. Oh, fuck, ich habe das Niederländchen verpasst. Ah, das ist nicht gut. Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Scheiße. Okay, viel fehlt nicht mehr. Just do it. Ich gebe mein Bestes. Okay, nice. Geschafft. Ich habe, ich habe Flowey, Omega Flowey, noch nie nach zwei Trice geschafft. Okay, ähm, achtmal habe ich schon, äh, Finale ist auch geil, what the fuck. Toll gemacht, Babyboy. Do it, just do it. Okay, ich habe es geschafft. Ich habe es gedood. I did the do. Ich habe das noch nie... Ich muss mal kurz sagen, dass ich das noch nie im Second Try geschafft habe. Das ist das erste Mal. Sonst habe ich immer so vier oder Anläufe oder so gebraucht. Hehehe. Hehehe. Ich denke, du könntest mich verletzen. Ich bin der Gott dieser Welt. Und du? Du bist hoffentlich. Hoffentlich und alleine. Golly, das ist richtig. Du bist hoffentliche Freunde. Ich kann dich jetzt nicht mehr schützen. Ich kenne Hilfe. I dare you. Crying to the darkness. Mommy, Daddy, somebody help. See what good it does you. Stell dir mal den Schmerz von Flowey's Attacken vor. Ja, das muss ein bisschen weh tun. Ich kenne das Spiel und das Spielprinzip nicht und ich habe gerade trotzdem voll mitgefiebert. Das ist schön. You called for help. But nobody came. Boy, what a shame. Nobody else is gonna get to see you die. Wo ist jetzt Asriel? Keine Sorge, der kommt gleich. Das dauert nicht mehr lange. Keine Sorge. What? How did you... Well, I'll just... What? Why are my powers? Get fucked, mate. What are they doing? Noch mal kurz ein Fenster auf. Weil mir verfickt heiß ist. Diese Kack-Klampen sind so verfickt heiß. So, und jetzt töten wir Flowey, ne? Nee, schwarz. Wir dürfen ihn nicht töten. Das brauchen wir nämlich fürs... True Pacifist Ende. What are you doing? Do you really think I've learned anything from this? No. Scheiß Gruppelfie. Sparing me won't change anything. Killing me is the only way to end this. If you let me live, I'll come back. Die haben mich gejumpscared. I'll kill you. I'll kill everyone. I'll kill everyone you love. I'll kill everyone you love. Why? Why are you being so nice to me? I can't understand. I can't understand. I just can't understand. Yeah. Flowey ran away. Ja, das war das Ende von Undertale. Esserie gibt's gar... Okay, Entschuldigung. Ich sollte auch mit meinen witzigen XD scherzen. Brat. 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 Ring, ring. Eya, is anyone there? Well, I'll just leave a message. So, it's been a while. The queen returned and is now ruling over the underground. She's instated a new policy. All the humans who fall here will be treated not as enemies, but as friends. It's probably for the best anyway. The human souls the king gathered... Uh, it seems to have disappeared. Ja, wirst du schon bekommen. Keine Sorge, deine hopes and dreams wirst du gleich bekommen. So, uh, the plan ain't happening anytime soon. But even though people are heartbroken over their king. Ja, ich hab, ähm, viele favorite Soundtracks. Ich liebe dir. Niklas, was geht konkret? Du kommst genau zum Ende. Bin stolz auf dich. And things are looking grim for our freedom. The queen's trying her best not to let us give up hope. So, uh, hey. If we're not giving up down there, down here, don't give up wherever you are, okay? Who knows how long it will take. But we will get out of here. Sans, who are you talking to? Oh, nobody. What? Nobody? Can I talk to them too? Here, knock yourself out. Ende? Nee, nee, keine Sorge. Will mich nicht spoilern. Ja, dann gehe. Tschüss. Wait a second. I recognize this number. Attention, human. I, the great Papyrus. Truly class. And now Captain of the Royal Guard. It's everything I've ever dreamed of. Except instead of fighting, we just water flowers. So, that's every ever so slightly different. Ja, tolle Aussprachen. And we are helping Dr. Alphys with her research. She's gonna find a way to get us out of here. Undine is helping her too. Das Ende dauert noch so ungefähr eine Stunde. Ungefähr. Please, Ende bis 22 Uhr. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht. Though, to be honest, her method of helping seems kind of explosion-inducing. But I think Elvis likes having her around. Uh-oh. Hey, what are you up to, punk? Was los, willst du, dass es endet? Ja, denke ich mir halt auch. Ich will einfach wirklich nicht, dass es endet. Please, don't nuggie the phone. Hey, who's in charge here? Me. Oh. Yeah, that's right. I quit my job as leader of the Royal Guard. Actually, since we won't be fighting anymore. The Royal Guard totally disbanded. Here's our only one member now. But he's extremely good. Yeah, he is. Come here. Please don't nuggie the skeleton. Anyways, now I'm working as Alphys' lab assistant. We're gonna find a way out of this dump once and for all. Oh, yeah, and I'm the gym teacher at the Queen's New School. Kommt wieder so ein Viech, was mich erschreckt wird? Nu. Did you know I can bench press seven children? Nice. Awesome, right? Hey, I'm sorry about what happened with Asko. You were just doing what you had to. It's not your fault. Ah, darn it. I miss the big guy. Egal, shin is besser. Okay. Come on, Undyne. Snap out of it. Uh, I guess I'll tell you how Alphys is doing. Well, she's the same as ever. Maybe a little more reclusive than normal. Seems like something's really bothering her. But she can get through it. I'm there supporting her. That's what friends are for, right? Hey, wherever you are, I hope it's better than here. It took a lot of sacrifice for you to get here and to get there. So, wherever you are, you have to try to be happy, okay? For our sakes. We feel better knowing our trouble was worth it. We are all with you. Everyone is. Even the queen. Hey, wait a second. Toriel! Toriel! Do you wanna... She says she's busy. But if she knew who we were talking to, we wouldn't get the phone back for at least a few hours. We have the mercy to spare you from her. But call back any time, okay? She'd love to talk. Oh, whoops. This thing's almost out of batteries. So, hey to cut the short, but we're seeing you, okay, buddy? Bye bye for now. See ya, punk. Yeah. That's what I'm saying. Okay, I should stop talking about it. It's not much more funny. No. Hello, Flowey. Why? Why did you let me go? Don't you realize that being nice just makes you get hurt? Look at yourself. You made all these great friends. But now, you'll probably never see them again. Not to mention how much they've been set back by you. Hurts, doesn't it? If you'd just gone through without caring about anyone, you wouldn't have to feel bad now. So, I don't get it. If you really did everything the right way, why did things still end up like this? Why? Is life really that unfair? Say, what if I told you? I knew some way to get... What? I knew some way to get your better ending. Entschuldigung. You'll have to load your safe island. Well, in the meantime, why don't you go see Dr. Alphys? It seems like you could have been better friends. Who knows? Maybe she's got the key to your happiness? See you soon. Keine Sorge, Flowey hat nichts getan. Wir haben Flowey zum Guten gekehrt. Okay, ich gehe schnell aufs Klo. Ich muss gerade richtig dringend pissen. Das tut mir leid, aber wir sind uns gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach stimmt, ich muss zu... Nein, nein, jetzt habe ich erst mal überlegt. Was will ich noch mal... Snowden? Okay, jetzt bekommen wir von ihr ein... Achso, ich habe zu viel in meinem Inventar. Ha. Kann mich jemand für 10 Sekunden aus dem Chat bannen? Nur für 10 Sekunden lagen. Warum? So, jetzt machen wir ein Date mit Alphys, was ich wahrscheinlich immer überspringen werde. Ich habe nichts getan, ich bin ein netter Boy. Das ist schön. Du bist ein ganz braver Bursche. Okay. Du bist ein Neger, Boy. Ey. Tschüssest du etwa, du böser Boy. Ne. So, jetzt gibt es Haue, ne? Ja, Alphys, ich mag niemanden kommen. Komm, ey. Du hast ihn noch gefragt. Er gibt dir nur dein Willen, ey. Jetzt gibt es ein Bann, haben wir nachvoll. Ja, es ist sehr awkward, glaube ich. Dieser Voice Crack war gerade runterspringen. Ich muss ihn mal kurz anlappen. So, warte. Erstmal kurz ungewissern. Wow, was? Der Wein ist ja noch immer an explodieren. Warte mal. Entschuldige, ganz kurz. Oh mein Gott. Ähm. Warte mal. Seht ihr das? Sieht man das überhaupt? Ne, das sieht man. Ne, das sieht man nicht. Ähm. 106 Likes, 5 Kommentare und 25 Rewinds. Und das alles dank meiner Lieblings-Editorin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Why? Warum nicht? 2000 Loops? Okay, entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen innerlich am Ausrasten. Ich habe noch nie so viel Aufmerksamkeit auf einen Wein bekommen. Und das nur, wenn meine Lieblings-Editorin das Rewind hat. Ich bin stolz auf mich. Glückwunsch. Dankeschön. Sie datet immer noch besser als du, Babyboy. Du verletzt mich. Das Beste war immer noch, wo ich Undertale falsch geschrieben habe. Ja, das war wirklich witzig. So schön zweideutig. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke. Endlich bist du fame und nützlich. Nehme ich trotzdem einfach mal als Kompliment. Auch wenn es sehr gemein war, wobei die Gefühle verletzt wird. Und jetzt get dunked on. Guckst du euch das Date auf YouTube an, falls ihr es sehen wollt. Ich meine, die Dialoge sind echt witzig. Aber nicht nach dem sechsten Mal. Ja, Anime ist real, keine Sorge, mein Lieblingsfisch. Mülleimer wrecked. So, jetzt sind wir bei der Müllhalle. Und jetzt müssen wir nochmal zu Elphys. Dann müssen wir ins True Lab. Und dann ist Ezreal-Time. MLG Mülleimer. Ich freue mich schon auf den Ezreal-Boss-Fight. Hm. RIP-Tastatur. Ah ja, das ist immer so. Glaub mir, wenn man Undertale einmal durchgespielt hat, dann wird man das die meisten Zeit eigentlich noch mehr skippen. Obwohl, ich habe jetzt eigentlich eh relativ viel für euch. Äh, nein, nicht nach Snowden. Oh, jetzt bin ich nach Snowden. Ich Affe, ey. Ich habe eh relativ viel für euch vorgelesen. Ich lese nicht eigentlich so viel vor. Temi Village. Ja, ja. Temi Flakes. An original wrecked. Okay, okay. Entschuldigung. Ja, ich bin so dumm, dass ich einfach nach Snowden fahre. Streamst du morgen wieder? Äh. Ich hätte es eigentlich nicht vorgehabt, weil ich habe nicht mal eine Idee, was ich morgen streamen könnte. Ich meine, was könnte ich denn streamen? Ich weiß wirklich nicht, was ich streamen könnte. Ich verbringe eigentlich derzeit die meiste Zeit mit Undertale. So, jetzt ab zum Lab. Minecraft. Ich spiele kein Minecraft mehr, tut mir leid. Ich habe es zwar installiert, für alle Fälle, falls ich mal Lust habe. Aber ich spiele es eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Okay. Gott, nein. Ja, wir werden sterben. Ende von Undertale. Ich sollte aufhören. Ich sollte verfickt nochmal aufhören mit diesen Kackwitzen. Money, 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 motherfucker. Okay. Bye, 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 bye. Okay. So, jetzt sind wir im True Lab. Ich lese das einfach mal nicht vor, diese ganzen Einträge, weil ich die schon in- und Auswendig könnte. Tammy Flags, Uno Rich, Uno Breakfast. Toll, jetzt habe ich noch ein Ohr, nochmal. Ich meine, die Lampen werden nicht zu heiß, ne? Nicht, dass ich irgendwie total überhitze, oder? Nein, super, scheiß. Stream doch Sakura-Clicker. Tulab is scary as fuck. Oh ja, ist es. Cellphone. You used to call me on my cell phone. Late light when you need my love. Call me on my cell phone. Help. Ich hasse dieser Takt so dermaßen. Ich verstehe, lelelelelel. Okay. Ah, hier ist der roter Schlüssel. Ich versuche das TrueLab schnell zu machen. Ich versuche das generell immer schnell zu machen, aber geht leider nicht immer. Ah, es war grad ein bisschen Schüttelfrost, weil es kalt ist. Bitte sing die wieder, okay? Okay, jetzt mache ich es extra für mich, ne? You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Ich singe, wann ich will, okay? Ich bin Rebell. Ich werde, warte mal, das ist jetzt süß. Das will ich kurz zeigen. Und ich kann auch in der Zwischenzeit was trinken. Da, da, er will, dass ich singe. Schau, das ist halt ein richtig treuer Zuschauer. Der hat mich halt liebt. Und er, er akzeptiert mich so wie ich bin, ey. Niemand versteht mich. Ich frage mich, warum mich jeder hasst. Und nicht vergessen, den Haschpapi bei Endogeny benutzen. Endogeny oder Endogen? Ja, keine Ahnung. Aber okay, danke übrigens für den Tipp. Aber davon einen Ohrwurm. Warte mal. Also erstmal gucken. Spongebob Cancer. Ah ja, genau. Spongebob Cancer. Wunderschön. Okay, hier ist noch ein Schluss, oder? Einbär 2.0. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein treuer Zuschauerarm. Oh Gott, wie besiege ich den? Ahhhh. Warte mal. Verpisst euch alle Lahn. Ne, ne, ne. Nicht so gemein sein. Okay, warte mal. Wie hieß diese? Reaper Bird, glaub ich. Reaper Bird. Andertail. Ja, sowieso. Hast du? Ah, Mod. Oh, gefickert. Amenakreu. Warte mal, ich muss kurz schauen, wie er den nochmal besiegt. Ich kann mir das irgendwie nie merken. Äh, Picking On It, Praying and Mystifying. Picking On It. Ich komme aus Österreich. Kann ich, kann ich, kann ihn wer kicken? waschule ok präing präing 10 zuschauer haben ah so ich denke ich verabschieden mich an dieser stelle hat mich gefreut mit dir und euch zu reden war auch ganz schön ohne auf das spiel zu achten schönen abend und noch und dankeschön ok tschüss ach ist dummheitsmensch hier ja jedenfalls danke fürs zuschauen du warst richtig ein nicer zuschauer ich wünsche dir noch einen schönen Abend so ähm präing und mystifying glaube ich oder ok ok ja mau hallo ja keine panna ja keine panna hallo ok ne glaube ich das glaube ich noch nicht ne 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 recht zu sein vor allem wenn man dann diese ganzen kassetten findet hab angst ok bei endo geni oder endogen einfach dass den haschpupply benutzen hast du gesagt ich meine ihr habt das schon oft gesehen dass man den benutzen kann aber ich wusste nicht wenn man bekommt ich habe zum ersten mal den stream geschaut und wurde da herzlich aufgenommen muss auch auf bis irgendwann schön ok schönen abend noch danke fürs zusehen ist echt ein korrektoren wie gesagt schönen Abend dann ist es zu sehen und ja ich hoffe wir sehen uns irgendwann mal wieder in den streamen wohl nee das ist kann ich den auch hier benutzen aber ich glaube ich habe einen Fehler gemacht ach ok ne ok danke für den tipp du kriegst einen tritt wenn du nicht immer was angetan hast keine sorge ich habe ihn nicht gegessen ich habe ihn extra für dich aufgehoben boah die musik von dem ist so ranzig ja sie soll angst machen ich kann doch im bett zuschauen ja guck im bett zu ich kann doch im bett zuschauen ja guck im bett zu schön dass du dabei bleibst gory wake up hm what is it here why do you have the video camera i want to get your reaction oh damn reaction channel gab es damals schon oh es tut mir leid ich bin richtig na gut bis dann gory dearest gory dearest what is my favorite vegetable hm carrots no right no 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 my favorite vegetable is and a mummy tschuldigung du komme ganz blöde gedank go back to bed dear no no not yet he he now if i were a dog what breed of dog would i be hm i don't know honey what kind of dog would you be i would be a mammerian pfff ahaha ah you sure are excited to have this child you know if you keep making jokes like this one day you could be a famous mammedian ah ich hasst mein leben well i'm going to bed hey come on tori that one was funny haha i know i'm just teasing you goodnight dear goodnight honey mein voice acting mein voice acting ist ist 1 plus 1 fucking plus ok shin are you ready do your creepy face hehe eh vielleicht ein schrei auch vorlesen aber ich will nicht dass meine stimme wieder abkackt oh wait i had a landscape on eh lans lanscap on hm teasing raus komm nee nicht immer schäm dich na gut das das undertale vorhin hat mir schon gereicht also what you're not gonna do it again come on quit tricking me du bist so eng kleiner versauter bastard fast tue mich ey haudi schillen smile for the camera ha this time i got you i left the curb the cap on on purpose now you're smiling for no reason hehehe hehehe genau meine gedanken what oh yeah i remember when we tried to make butterscotch pie for that for that for that right the recipe asked for cups of butter but we accidentally put in buttercups instead oh god i can do it i can do it let him just build a mobbing circle ok yeah those flowers got him really sick i felt so bad we made mom really upset raus plus ecke gleich raus ecke i should have laughed enough like you did anyway where are you going with this huh turn off the camera ok i i i don't like this idea shin what no i'm not crying big kids don't cry auf meinen bildschirm sind zu viele undertale jurors ich seh nicht mehr was ich schreibe oh mein gott die undertale ähm desktop buddies sind so verfickten ey big kids don't cry yeah you're right oh i'd never doubt you shin doubt you shin ok never yeah we'll be strong we'll free everyone i'll go get the flowers yeah here it's a prequel erklärung help shin can you hear me we want you to we want you to wake up shin you have to stay determined you can't get up you are the future of humans and monsters shin please wake up i don't like this plan anymore i i no i said i said i'd never doubt you doubt you ehhh 6 right we just have we just have to get 6 and we do it together right ok 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 er wer ist das jetzt nochmal ok lemonbread ähm so entschuldigen mich ich muss mal kurz nachschauen ich vergesse irgendwie immer bei denen wie man sie bekämpft wenn sie bekämpft entschuldigen mich ok gut ah er 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 Ich weiß nicht. So, jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig. Angst, keine Sorge, es ist gleich vorbei. Warum? Keine Ahnung. Es gibt halt ein paar, die Angst vor dem True Lab haben, ich weiß auch nicht warum, aber... Das ist doch komisch, warum hat mich Snowdrex-Manta nicht angegriffen? Ist er das nicht eigentlich immer? Okay, ja gut, ich dachte schon. Irgendwie ist das traurig der Gegner. Ja, das würde mich auch interessieren. Ah, okay. Hey, hey, willkommen zurück. Was geht, äh... Es geht konkret, Party, Party. Welch, wir haben dich vermisst, äh... Extractor-Hoi. Okay, jetzt sind wir gleich bei Ezreal, nice. So, und ich werde versuchen bei Ezreal meine Emotionen zurückzuhalten. Ich werde versuchen. Hoi. Hey, bin neu. Hallo. Hoi. 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 irgendwie nicht so meine art von spiel finde ich nicht so interessant um ehrlich zu sein it's a voice you have never heard before shin are you there it's been a long time hasn't it but you've done well thanks to you everything has fallen into place shin see you soon so ja jetzt wird es zeit für das wahre ende ja gut jetzt sind wir fast bei fünf stunden also noch mal fünf minuten dann sind wir bei fünf stunden stream geht nicht wie geht er nicht geht er bei euch auch nicht oder geht geht er nur bei trolli lala nicht oder geht er bei mehreren nicht okay gut ich dachte schon jetzt wollte ich schon panik schieben jetzt am ende haben wir technische probleme sehr scheiße gewesen so leute jetzt bekämpft es wird zeit die zu bekämpfen na kommt das euch bekannt vor this is what keeps us all trapped underground if if by chance you have any unfinished business please do what you must nah zeit f crappy das ist ein teufelskreis wiederholt sich einfach immer wieder die luft reinbows ich hoffe ich stelle mich nicht allzu behindert bei es real an also das ich meine bei meinem letzten stream weiß ich auch nicht dort hatte ich irgendwie komplett eine geistige behinderung aber jetzt sollte es eigentlich geschissen bekommen was a miserable creature torturing such a poor innocent youth do not be afraid my child it is i toria your friend and guardian at first i thought i would let you make your journey alone but i could not stop worrying worrying about you your adventure must have been so treacherous and ultimately it would burden you with a horrible choice to leave this place you would have to take the life of another person geistige behinderung ak16 tode ja ich meine sowas muss man auch mal hinbekommen ich habe aus irgendeinem grund gedacht ich könnte keine hierleitungen benutzen ich weiß auch nicht warum also bis jetzt sind es vier geht voll klar eigentlich you would have to defeat esker however i realized i cannot allow it it is not right to sacrifice someone simply to let someone leave here is that not what i have been trying to prevent this whole time so for now let us let us suspend this battle as terrible as esker is he deserves mercy to tory you came back obwohl du nicht sterben kannst sie zählen mit do not tory me dreamer you pathetic whelp if you really wanted to free our kind you could have gone through the barrier after you got one soul taken six souls from the humans then come back and feed everyone peacefully but instead you made everyone live in despair because you would rather wait here meekly hoping another human never comes tory you're right i am a miserable creature but do you think we can at least be friends again no eskor eskor human nobody fight each other everyone's gonna make friends or else i'll i'll hello i'm toryl are you the humans friend it's nice to meet you uh yeah nice to meet you too hey eskor is that your ex jeez that's rough hey nobody hurt each other oh are you another friend i'm toryl hello oh hi there's two of them hey nobody fight anyone if anyone fights anyone then i'll be forced to ask undyne for help hello oh hello your majesty hey human did eskor shave and clone himself yeah naturally papyrus hey guys what's up that voice hello i think we may know each other oh hey i recognize your voice too i'm toryl so nice to meet you my name's sans and uh same oh wait then this must be your brother papyrus greetings papyrus it is so nice to finally meet you your brother has told me so much about you wowie i can't believe eskor's clone knows who i am this is the best day of my life hey papyrus what does a skeleton tile his roof with let's come break the best of its name hmm snowproof roof tiles no silly a skeleton tiles his roof with shingles haha come on eskor it's gonna be okay there are plenty of fish in the sea yeah eskor online's totally right right about that fish thing sometimes you've just got to uh stop going after furry boss monsters and uh just get to know really cute fish papaya yeah papaya it's a metaphor okay well i think it's a good analogy oh my god will it you just smooch already the audience is dying for some romantic action aha raus nee das ist mein stream holds back holds back feels empyrus es tut mir leid uh elphys no he's right let's do it okay oh man my child it seems as if you must stay here for a while but looking at all the great friends you've made i think i think you will be happy here hey that reminds me papyrus you called everyone here right well besides uh her anyway if i got here before you how did you know how to call everybody no bleib let's just say a tiny flower helped me buckfish ah so you also you idiots while you guys were having a little powwow i took the human souls and now not only are those under my power but all of your friends souls are mine are gonna be mine too and you know what the best part is it's all your fault it's all because you made them love you versus flowery all the time you spent listening to them encouraging them caring about them without that they wouldn't have come here and now with their souls and the humans together i will achieve my real form boost i think that's what comes i'm happy with that why i'm still doing this don't you get it this is all just a game if you leave the underground satisfied you'll win the game if you win you won't want to play with me anymore and what would i do then that this game between us will never end hello shen are you there no no besides that he said howdy not this shit in fact you write dreamer with two r thank you thank you you can now go okay sorry i'll hold victory in front of you just within your reach and then tear it away just before you grasp it over and over and over listen if you do defeat me i'll give you your happy ending i'll bring your friends back i'll destroy the barrier everyone will be satisfied but that won't happen you i'll keep you here no matter what and then we'll die even if it means killing you one million times what do you do i can't teleport okay okay no sands is a bit stupid he wants to die i can't do it 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 what howdy shen are you there it's me your best friend esri dreamer i can't do it yeah he's just stupid okay look at that as we dreamers really i'm proud of you do not be afraid my child no matter what happens we will always be there to protect you that's right human you can win just do what i would do believe in you hey human if you can get past me you can do anything so don't worry we are with you all the way huh you haven't beaten this guy yet come on this wheel has got nothing on you technically it's impossible for you to beat him but somehow i think you can do it human for the future of humans and monsters you have to stay determined the best part of the game yeah and now come all ey and now come all and now come right the best part of the game all right unbelievable this can't be happening you you i can't believe you're all so stupid all of your souls are mine i will always be the fanboy i will always be the fanboy i will always be the fanboy hehehe hehehe fanboy intensifies innerlich i am dying hehehe hehehe oh yeah finally i was so tired of being a flower ey nur ich liebe ihn howdy shinn are you there it's me your best friend ja endlich oh ich hab mich so auf diesen moment gefreut endlich endlich so bin grad dezent happy er sieht so innocent als child aus ja und so verfickt badass als er da ist beziehungsweise als er ist Gott, ey, ich will grad innerlich so ein Fanboy sterben, ohne Witz, ihr könnt euch grad gar nicht vorstellen, wie ich innerlich am sterben und schreien bin, und schreien, dass ich diese verfickte Attacke nicht ausweiche. Oh, Drehgebobel. You know, I don't care about destroying this world anymore. Ah, fuck, das war dumm. After I defeat you and gain total control over the timeline, I just want to reset everything. Ich bin innerlich so dermaßen am sterben. Ich freu mich jedes Mal auf diesen Westfall, jedes Mal. Ich versuch, mein Gott, halt die Fields zurück, ich versuch es. All your progress, everyone's memories. I'll bring them all back to see you. Es ist nur schade, dass meine Stimme nicht zufrieden ist, um seiner BDL-Stimme gerecht zu werden. Then we can do everything all over again. Ich bin so glücklich, sein schönes Gesicht zu sehen, ey. Ich war ein Witz. And you know what the best part of all this is. You'll do it. Aim out, aim out, aim out. And then you'll lose to me again. RTL ist scheiße. Ja, ich bin auch sehr viel zu dem Bossfighter zu. Ist ja nicht so aus wie der Bossfighter des Jahrhunderts fest, äh, gerade passieren, aber okay. End of game. Ich will seine Waffe, die will jeder. Regenbogenattacke. Ich will seine Waffe, die will jeder. Because you want to have your ending. Okay, tut mir leid. Okay, tut mir leid. Okay, tut mir leid. Entschuldigung. Ich bin wieder da. So. Ich muss halt immer wieder runterkommen. Tut mir leid. So. Because you love me, friends. Ah, was? Ich bin, okay, das war dumm. Warte. Ich wollte dieses Film meinen Freunden zeigen. They refused. Zeit, neue Freunde zu finden. Hatte Spaß. So. Tut mir leid, ich war gerade ein bisschen vom Chat abgelenkt. Hust, hust aus, wo du hust. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Warum bekomme ich uns gar nicht beschissen. Chüss, dumpf. Ja. Muss off, Leute. Hatte Spaß gemacht. Tschö, okay. Gute Nacht, schönen Abend noch. Musik, ja, das ist so episch. Because you never give up. Ja, ich hab's doch gesagt, ich hätte mich heilen sollen. Ah, ich mach immer den Fehler, mich dort nicht teilen. Schild Nummer 6, meine Freunde. Bis jetzt ist es noch im akzeptablen Bereich. Auch wenn das gerade ein sehr dummer Schild war. Oh, mein Gott. Ich heile mich einfach mal sicherheitshalber. Ach, okay, bei Fall. Da, 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 da. Ich verstehe doch immer nicht, wie er es schafft, seinen Kopf 360 abzudrehen. Aber ich denke, ich habe das auch nicht. Ey, was? Bin ich be... Das war jetzt sehr unnötig. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das gerade ging, aber... Das ist... Okay. Wie weit? Aha. Guck mal, wiegen. Help. Ah. Scheiße. Ich sollte nicht auf den Chat schauen. Und die Waffe. Ich glaube, ich habe die gist. Die Waffe. Nicht. Oh, mein. Jesus. Jesus. Okay, jetzt wird es lächerlich. Das fängt hier wieder an, wie beim letzten Stream. Immer, wenn ich streame, verpackt mich. Egal wann. Egal wann. Immer bei jedem. Bei jedem einzelnen Stream verpackt mich. Bei... Also... Komplett. Ich schiebe das jetzt einfach auf den Stream. Keine Ahnung, warum. Bei meinem letzten Stream habe ich... Es wird... Drei Ton geschafft. Aber okay. Na gut. Ah fuck, ich habe ja gar keine Heleizungsmeine. So, und Tod Nummer 8 macht den schon mal bereit. Ein Nummer 9. Ja. Ein Wunder, dass das Spiel so geil ist bei der Grafik. Ah, jetzt fängt es wieder an. Jetzt, jetzt fängt es wieder an. Die dümmsten Tode, die es gibt. Ich frage mich nicht, wie ich das jedes Mal geschissen bekomme. Bei jedem verfickten Lifestream. Aber Hauptsache, ich schlage mich bei den normalen Bossen mega gut. Aber okay. Sag einfach mal nix. Die dürfen mich gerne schlagen. Ohne Witz, ich kann dieser Pfeil nicht mehr schlagen. Ohne Witz, ich kann dieser Pfeil nicht mehr schlagen. Ohne Witz. Isn't that delicious? Der Determination. Der Power, der lässt du gett das File. It's gonna be the answer. Jesus. Ich bin nicht an Wimsel. Wie lange das Exploets, motherfuckers? Now, enough messing around. It's time to purge this timeline once and for all. Oh man. Sanji hat mich daran angeschrieben und mir irgendwelche Bilder von Essen gesondert. WTF? Warum? Jesus ist trotzdem bei dir. Okay. Wow, you really are something special. Oh, don't get cocky. Until now, I've only been using a fraction of my real power. Let's see what your determination is against this. Oooh, shit's about to get steamy. Steamy? Ja, steamy auf jeden Fall. Jesus stimmt, den haben wir vergessen. Stimmt, der hätte mir Jesus schreiben sollen. Kein Wunder, dass ich so sterbe. Okay, das ist jetzt asozial. Wenn man dort 1 HP hat, ist es zu gut wie unmöglich, diese Attacke zu überleben. Ah, ich hab... Das könnt ihr mir jetzt nicht überschreiben. Das ist scheissenschwer, diese Attacke mit 1 HP auszurechnen. Okay, also Totem Azehn. Ist noch im... Kenkel Reich. Every time you die, your grip on this ground slips away. Every time you die, your friends forget your life you know. Your life will end here, and a world that no one remembers you. Uh, huh? Behinderd? Okay, das... das war Zon. Jesus. You forgot that I prepared to... Toot 10. Toot 11. Haha. That attitude will search you well in your tracks. But... Na gut, das jetzt wahrscheinlich, weil ich Omega claw le... Und... Jesus. Ah. Und... Ah. Und... Ah... Ähm, Asko so geschafft habe. Esko nicht. So, aber jetzt sterbe ich nicht mehr. Ich schwöre es bei Jesus. Stellen wir heute... Fick dich! Nee! You struggle, nothing happens. You try to reach your save file, nothing happens. You try again to reach your save file, nothing happens. Seems saving the game really is impossible. But, maybe with what little power you have, you can save something else. Oh, jetzt kommt gleich... Jetzt kommt immer zu mir. In the depths of Ezreal's soul, um, something so. The lost soul appeared. ... Ah! Okay. Alter, jetzt, jetzt hitt mich die PSA. Wie gesagt, ich versuche die Emotion zurückzuhalten. Aber, das ist gut. Aber... ... You gave the lost soul a big smile, like you remember she likes to do. Suddenly, their memories are flooding back. ... Okay, Elphys... ... 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 I have to go now. Without the power of everyone's souls, I can't keep maintaining this form. In a little while, I'll turn back into a flower. I'll stop being myself. I'll stop being able to feel love again. So, Risk, it's best if you just forget about me, okay? Just go be with the people who love you. I don't want to let go. It's going to be very difficult to get back. Risk, you're going to do a great job, okay? No matter what you do, everyone will be there for you, okay? Hey, man. It's perfect, isn't it? Immer wieder. Well, my time is running out. Goodbye. By the way, Risk, take care of mom and dad for me, okay? Sorry. I can't really keep it back. Frisk. This is all just a bad dream. No, you're sweet when you're crying. Believe me, I have it back. This is all just a bad dream. Please, wake up. Hey, it's just a bad dream. It's just a bad dream. It's just a bad dream. Oh, you're awake. Thank goodness. Yeah, it's so sad. I'm sorry. You were so worried. It felt like you were out forever. Yeah, any longer and I would have freaked out. Tell us next time you decide to take a nap, okay? Yeah, you made Papyrus cry like a baby. What? I didn't cry. I don't cry. I just caught something in my eye. What did you catch? Tears. Now, now. The important part is that Frisk is alright. Here, Frisk, why not drink some tea? It'll make you feel better. There was a flower and then everything went white. This flower is your son. That would be great. No, that would not be great. Really not. It seems the door to the east will lead us there now. But before then, perhaps you might want to take a walk. You can say goodbye to all of your wonderful friends. Do as you wish. We will all wait for you here. Okay, now I'm going to go to the beginning of the ruins and talk with Ezra. So I'm gonna be sad to be so sad. So I'm gonna be sad. And I'm gonna be sad. Yeah. I'm gonna be sad to see you. Yeah. I'm gonna be sad. Ich muss mich kurz putzen, weil ich nicht zähle. Ey, wie ich ohne Brille aussehen, what the fuck. Eine kackende Fuchsstellung. Mann, ey. Ah, das war ein schöner Livestream heute. Ohne Brille bist du zehn mit zu um die fünfzehn. Deshalb trage ich auch immer eine Brille. Ich hasse es, ohne Brille rumzulaufen. Vor allem, wenn ich die Fuchs zum Teil eben zerstört habe. Ja, du Arschkeks, ey. Das ist egal, ich heul trotzdem. So, ich gehe immer felschern. Was trinkst du da? Johannesbärensaft. It's pretty good. Ich hätte dich auf Schnazheim aufgenommen. Lauf mal mit Bart rum. Ja, mir wächst ein bisschen Bart. Ein bisschen hier so, da so. Aber es dauert noch, bis man es wirklich als Bartwuchs bezeichnen kann. Das könnt ihr euch alle bannen. Nee. Versuch es doch. Mit Ignorieren. Okay. Stoppeln. Mit Bart Simpson, oder wenn? Jetzt bin ich aber eingeschüchtert. Ich auch. I cry every time. Ich habe einen Button, der blockieren kann. Wow. Das hat jeder. Ja. Nee, ich habe keine Angst vor dir. Ich bin ein Bad Boy. Ja, ist auch. Ist auch. Ist dabei eine Tür. Ja, ich auch. Ist dabei eine Tür. Ich habe Hunger. Dann ist was. Ich habe einen Button, der D.O.P. heißt. Wie wäre es damit? Macht ihr das Angst, Hendrik? Und ich kann euch alle bannen. Jeden. Geh lieber zu Tumblr. Ey. Ich bin ja der Tumblr. Boah, jetzt beleidigst du mich hier ein bisschen, ne? Ich bin jetzt triggered und gehe auf Tumblr und beschwere mich, ey. Du würdest mich nicht. Ne, dich würde ich nicht bannen, Babygirl. Dich würde ich niemals bannen. Anzeige gewinnt. Wie wäre es mit Jesus gewinnt? Jesus gewinnt immer. Jesus, die Antwort auf alles. Jesus. Zeig dich an, Amina. Oh, nee. Ja, dich würde ich bannen. Ne, Spaß. Ich würde dich nicht bannen. Würde die ganzen anderen kleinen Lausbuben. Dich und Vogelschern würde ich niemals bannen, ey. Ich habe doch eigentlich nur wegen Tittenbonus Mod, oder? Ja, total, auf jeden Fall. Ich habe ein Chatprotokoll. Stimmt auch, oder? Oh, hat er nicht gesagt. Ich bin jetzt schon wieder fast dann sechs Stunden am Stream. Ey, what the fuck. Ich fülle Beef sofort. Ne, der Rest nicht. Ey, mich würdest du auch nicht, Jesus. Bitte, danke schön. Aha, hat jemand seine LP geschrieben. Erstmal die Dostname, Narkoi. Ich möchte auch gerne Fleisch. Ja, ich auch, bitte. Und die Vergebung der Sünder. Von Jesus Christus. Ah, die Musik hier. Darf ich den Ding zu dem Stream schicken, Matthias? Ja, klar, aber der Stream ist jetzt eh gleich aus. Also von daher. Und ja, Jesus müsste dazu schreiben. Und ich möchte einen Job bei PeopleTV. Ich hoffe, oh ja, ich auch, bitte. Komm. Ist mir zurzeit echt risky, weil mir ein Anfall vor der Tür stand. Wegen Raubkopie. Warum schickst du mir den, warum schickst du mir den Link? Die Antwort auf alles, Jesus. Achso, okay. Ich stehe gerade etwas unter Beobachtung. Oh. Kleine Lausbube. Hello. Na, hallo. Und es ist Ezreal. Ah. Ezreal. Komm mit. Don't worry about me. Someone has to take care of these flowers. Frisk, please leave me alone. I can't come back. I just can't, okay? Du kommst jetzt mit sofort. I don't want to break their hearts all over again. It's better, if they never see me. Why are you still here? Are you trying to keep me company? Frisk. Hey, let me ask you a question. Frisk, why did you come here? Everyone knows that legend, right? Travelers who climbed Mount Abort are set to disappear. Frisk, why would you ever climb a mountain like that? Was it foolishness? Was it fate? Or was it... Because you... Well... Only you know the answer, don't you? I know why Shin climbed the mountain. It wasn't for a very happy reason. Frisk, I'll be honest with you. Shin hated humanity. Why did it is, they never talked about it. But I felt very strongly about that. Frisk, you really are different from Shin. In fact, though you have similar fashion choices, I don't know why I ever acted like you were the same person. Maybe the truth is, Shin wasn't really the greatest person. I'll Frisk, you're the type of friend I wish I always had. So maybe I was kind of projecting a little bit. Let's be honest, I did some weird stuff as a flower. There's only one last thing I feel like I should tell you. Frisk, Winchin, I and I combined our souls together. The control over our body was actually split between us. They were the one that picked up their own empty body. And then when we got to the village, they were the one that wanted to use our full power. I was the one that resisted. And then, because of me, we... Well, that's why I ended up as a flower. Frisk, this whole time, I've claimed myself for that decision. That's why I adopted that horrible view of the word. Kill or be killed. But now, after meeting you, Frisk, I don't regret that decision anymore. I did the right thing. If I killed those humans, who would I have had to wage war against all of humanity? And in the end, everyone went free, right? I still feel kind of sad, knowing how long it took. So maybe it wasn't a perfect decision. But you can't regret half-choices your whole life, right? Ja, ich will say, komm mit, ey. Ich nehm ihn jetzt einfach und nimm ihn mit, ey. Egal, was ich tun muss. Why not that I have much of a life left? But that's besides the point. Frisk, thank you for listening to me. You should really go be with your friends now, okay? Oh, and please. In the future, if you see me, don't think of it as me, okay? I just want you to remember me like this. Someone that was your friend for a little while. Nee, du kommst ins mit. Oh, and Frisk. Be careful in the outside world, okay? Despite what everyone thinks, it's not as nice as it is here. There are a lot of flowers out there and not everything can be resolved by just being nice. Frisk, don't kill and don't be killed, alright? That's the best you can strive for. Well, see you. Don't you have anything better to do? Nee, du kommst ins mit. Bam, komm mit, Ezreal. Ich geh jetzt auf, tschüss. Okay, tschüss, schönen Abend noch. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich will den einfach mitnehmen. Wenn zu mir einer sagt, Undertale ist scheiße. Kapau. Nein, ich will den einfach mitnehmen. Ich róg Ör, Tirere. Na, ich lip roh, Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Hmm, ach man, ein bisschen so ein schönes Spiel. Ich kann nicht glauben, dass es schon wieder vorbei ist. Ah man. Ja, ich kann nicht so ein schönes Spiel. Es ist auch schon wieder elf. Ach, geht voll klar. Wann ist die Zeit schnell vergangen? Schon ne? Ich meine, es sind schon fast sechs Stunden. Irgendwie kommt mir jeder Undertale-Playthrough wie in paar Minuten vor. Das ist verrückt. No joke, bestes Team. Oh, danke schön. Das ist schön zu hören. Ey man, das Team war richtig geil. Du bist halt ein einunterhaltender Boy. Dankeschön. Wann kommt der dritte Stream zu Undertale? Äh, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mach mal jetzt erstmal ne kurze Pause von Undertale. Ich hab das jetzt in den letzten paar Wochen einfach so oft durchgespielt. Ich glaube, ich rühre das jetzt erstmal für den Beichern nicht mehr an. Ach, nächste Woche oder so. Sorry, warum hab ich das jetzt getan? Ah ja. Aber, keine Sorge, ich werd schon mal wieder streamen. Mir macht nämlich Streamen viel zu viel Spaß. Dafür, dass ich das, ähm, nicht mehr machen würde. Äh, Mann, ich will einfach so, so sehr Undertale 2 haben. Aber nur vom Game, oder? Ja, klar vom Game, natürlich. Im Fandom werd ich immer aktiv sein. Das kleine Undertale-Abfallboy. Das kleine Undertale-Abfallboy. Schneemann. Sagen wir das doch früher, ey. Wo bist du Undertale 2? Echt, ey, wir brauchen Undertale 2 so sehr. Vor allem, er sagt ja nur eigentlich, dass wir ihn mit zur Oberfl- also mit zu den Menschen hochnehmen sollen. Also, was willst du damit, ey? Jetzt muss ich wieder alles zurücklaufen. Sei froh, dass ich dich so lieb hab, ey. Jetzt kommt Uppertale. Uppertale ist richtig, ne. Ich hab wirklich keine Lust auf Uppertale. Das sieht richtig ranzig aus, um ehrlich zu sein. Entschuldigung, aber... Nee. Kappertale. Aber wir brauchen auf jeden Fall einfach Undertale 2. Es sind doch viel zu viele Fragen offen, die unbeantwortet sind. Also, bitte, TobiFox, erbarme dich uns. Jesus. Ich mag dich. Oh, ich mag dich auch, ey. Ja, stimmt. Das ist eigentlich schade. Ach, okay. Ich liebe diesen Schneemann. Ja, ich merke es. Ah, I can feel that piece of me has been well taken care of. Hm? The barrier's opened up? Uh, then, if it's not too much to ask. Could you take that piece of me to the surface? I would really appreciate it. Glücklich. Ich bin dich jetzt wieder komplett zurückgelaufen, ey. Ich bin dich. 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 Worst. Man schreibt, man würde worst sagen. Wenn es das schlechteste ist. Ja, bei englisch, ne? Amenakoi. Bad. Worse. 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 Zitber. I don't know. Irgendwie gerade langweilig, keine Sorge. Ich laufe gerade nur weg. Immer noch langweilig. Ja, chill, ist gut. Änder Drohnen. Ah, okay. Ich sag einfach nur A. Langsam sollte der kleine Shin aber schon ins Bett. Ja, ja, auf jeden Fall seh ich auch so. Sonst treten ich meine Eltern wieder. Richtig hart, ey. Okay, tschüss. Tschüss. Schönen Abend noch, danke fürs zusehen. Waren wir nicht mal bis 4 Uhr wach? Das waren wir öfters. Ich bleib meistens eng so am Wochenende bis 4 Uhr wach. Das ist normal. Die Nacht beginnt der Seminarquery. So, ich hau ab. Ich hau ab. Also, hau rein Shin und Nacht Glitch Meister. Äh, Glitch Meister. Tschüss, schönen Abend noch. Ich bleib bis zum Schluss. Okay, das dauert eh nicht mehr lange. Nur so ein paar Minuten noch wahrscheinlich. Achso, ne nicht. Äh, wir können schon raus. Okay, gut. Nice, die Mods sind fast wieder in der Überzahl. Okay, und. Yay, Ende. Oh my. Isn't that beautiful, everyone? Wow, it is even better than on TV. Way better. Better than I ever imagined. Frisk, you live with this? The sunlight is so nice and the air is so fresh. We sind es doch eh immer, denn wir haben ja die Power. Ich könnt euch einfach alle die upgehen, ne? I really feel alive. Hey Sans, what's that giant ball? We call that the sun, my friend. That's the sun? Wowie. I can't believe I'm finally meeting the sun. I could stand here and watch this for hours. Yes, it is beautiful, is it not? But we should really think about what comes next. Oh, right. Everyone, this is the beginning of a bright, of a bright new future. You don't know us, the European. No, no. I don't know. An era of peace between humans and monsters. Frisk, I have something to ask of you. Will you act as our ambassador to the humans? Natürlich. Yeah, Frisk will be the best ambassador. And I, the great Papyrus. Will be the best mascot. Natürlich könnte ich das tun, aber ich bin nicht so gemein. I'll go make a good first impression. Hope someone's gotta keep him from getting into trouble. See you guys. To max those feets are there. You know. Man, do I have to do everything? Papyrus, wait! Hey, Undyne, wait up! Oops. Uh, should I do something? Well, gotta go. Gotta go feast. Go to go feast. It seems that everyone is quite eager to set off. Frisk, you came from this world, right? So you must have a place to return to. Do you not? What will you do now? Ich könnte die 24-7 schauen. Oh, das ist süß. Every day. Natürlich bleibe ich bei der Armenachur. What? Frisk, you really are a funny child. If you had said that earlier, none of this would have happened. It is a good thing you took so long to change your mind. Well, I suppose. If you really do not have any other place to go. I will do my best to take care of you for as long as you need. Frisk, not activated. Alright, now come along. Everyone is waiting for us. Hey, Alter. Wir haben Undertale schon wieder durchgespielt. WTF? Alter. Ich komme doch immer nicht drauf klar. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Es gibt nie zu viel Undertale. Ja, stimmt auch wieder. Haha. Ich kann es überhaupt nicht knows. Ich kann es nicht klemmen. Und jetztㅎㅎ Kann ich eine Fervice für einen. Ich kann es up. igartified. Da ist aber gut. Neinsverhalt. Ja. So, entschuldigung, ich muss auch mal kurz aufs Handy schauen, außerdem laufen ja eh nur die Credits, aber in dem Fall will ich mal noch kurz mich bei jedem Zuschauer bedanken. Ich weiß, dass da noch was kommt, aber ich mach das mal ein bisschen leiser. Jedenfalls, danke an jedem Zuschauer, es war mega nice mit euch, vor allem, ich meine 6 Stunden, habt ihr kein Leben, einfach zugucken bei mir, ich finde es mega nett, dass ihr einfach alle 6 Stunden dabei wart und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde Undertale sicher nochmal durchspielen, auch im Stream wahrscheinlich, ich hoffe einfach so sehr auf einen zweiten Teil, wie es gerade auch FFL 88 geschrieben hat. Weil es sind noch zu viele Fragen offen, ich bin noch nicht bereit von diesen ganzen tollen Charakteren loszulassen und von der ganzen tollen Welt und wir brauchen einfach Undertale 2, es geht einfach nicht anders, wir brauchen es einfach. Und ja, ähm, als wären die Credits noch rollen, ähm, wird eigentlich nicht sehr viel mehr passieren, bis auf, dass ich noch diese, ähm, Zusatz Edits mache, äh, Zusatz Edits, Zusatz Credits mache. Deine Streams sind halt die Besten, ooooh, Beduce, dankeschön. Flo, also okay, Flo, Entschuldigung. Tut mir leid, ich will schlechte Namen merken. Ja, ey, fuck, oh mein Gott. Elteam wird bei 6 Stunden und ich habe 46 Stunden, ähm, Jingchong, ähm, Hundertteam. Ugh, ich weiß so, was ich crucified! Ich bin der Oda. Ich bin der Oda. Oh nein, Ezwe kommt auf Twitter. Und die Fies treten wieder ein, weil ich dieses nie zu sehr liebe und damit zu viele Beziehungen verbinde. Oh fuck, ich muss genau, ah, du kommst nicht geschissen, so, jetzt. Magic. Okay, ich werde das eh nicht schaffen, alle auszuweichern, aber das ist mir relativ egal. Wo ist Undertale 2, wenn man das braucht, ja, einfach echt so. Ach fuck. Okay, diesen Teil bekomme ich sowieso nie richtig geschissen. Und die Fies treten wieder ein, ey. Ich verbinde mit Hopes und Dreams einfach so verfickt viele Emotionen, das ist einfach echt nicht mehr normal. Von traurig bis hin zu glücklich bis hin zu noch trauriger, bis hin zu depressionstraurig. Oh, du bist doch gemein. Ah, das war dumm. Okay. Help. Help. Jesus. Wo ist Jesus, wenn man ihn braucht? Okay. Okay. Okay, ich habe mich besser geschlagen als beim letzten Mal. Zurzeit bestes Lied ist es auch, ich höre Hopes und Dreams 24-7, ey. Oh Mann, so ein schönes Spiel. Aber die größte unbeantwortete Frage ist, hat Frisk den Butterscotch Cinnamon Pie den Toriel hingestellt hat, wirklich gegessen? Ist sie überhaupt aufgewacht? Das ist wichtig. Hat sie den Kuchen gegessen? Wir müssen es wissen. Wenn der Stream vorbei ist, muss ich erstmal eine Stunde Spanisch lernen. Na gut, dann wird es leider Zeit zum Spanisch lernen. Tu mir da mein Freund. Weil, ähm, ich würde gerne noch weiter streamen und vielleicht noch irgendetwas anderes anspielen. Ich kann aber nicht, weil meine Eltern nebenbei schlafen. Und ich habe sie genug gestört. Und ich hoffe aber, dass ihr das verstehen könnt. Und ich werde eh bald mal wieder streamen. Aber ich bedanke mich trotzdem an jeden Zuschauer. Vielen Danke an alle Zuschauer, die vom Anfang bis zum Ende geblieben sind. Das war ein mega geiler Stream. Und ich werde auf jeden Fall mal wieder Undertale streamen. Oder generell einfach wieder streamen. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und ja, enden wir das Ganze mit ein wenig. Hopes und Dreams. Hammer mal. Hey man, Hopes und Dreams ist so schön. Okay, na gut Leute. Jetzt, genug Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao.